Dialog 1 Hallo Jakob, wie läuft dein Deutschkurs? Hallo Nessa. Ach, eigentlich bin ich ganz zufrieden. Ich lerne viel und auch die Grammatik verstehe ich ganz gut. Aber? Mir fehlen oft Wörter oder ich vergesse alle Wörter immer wieder. Deshalb macht mir das Lesen von Texten oft keinen Spaß. Du kannst vielleicht mit Karteikarten lernen. Das heißt, du schreibst jedes neue Wort auf eine Karte. Die Karten sortierst du dann nach Themen wie zum Beispiel Wohnen oder Essen. So kannst du sie systematisch lernen. Gute Idee, danke. Wie war das Deutschlernen denn bei dir? Am Anfang hatte ich immer Angst vor Fehlern beim Sprechen. Deshalb habe ich lieber gar nicht gesprochen. Aber mein Freund hat gesagt, ich soll einfach sprechen und keine Angst vor Fehlern haben. Und jetzt spreche ich einfach. Und du hast keine Angst mehr vor Fehlern? Nein. Ich denke, Sprechen ist wichtig und man lernt viel besser. Das finde ich auch. Natürlich machen wir Fehler. Aber man kann sie nur durch Üben korrigieren. Das heißt, man muss viel sprechen und viel schreiben. Das heißt, man muss viel sprechen und viel schreiben. Hallo Jakob, wie läuft dein Deutschkurs? Hallo Nessa. Ach, eigentlich bin ich ganz zufrieden. Ich lerne viel und auch die Grammatik verstehe ich ganz gut. Aber? Mir fehlen oft Wörter oder ich vergesse alle Wörter immer wieder. Deshalb macht mir das Lesen von Texten oft keinen Spaß. Du kannst vielleicht mit Karteikarten lernen. Das heißt, du schreibst jedes neue Wort auf eine Karte. Die Karten sortierst du dann nach Themen, wie zum Beispiel Wohnen oder Essen. So kannst du sie systematisch lernen. Gute Idee. Danke. Wie war das Deutsch lernen denn bei dir? Am Anfang hatte ich immer Angst vor Fehlern beim Sprechen. Deshalb habe ich lieber gar nicht gesprochen. Aber mein Freund hat gesagt, ich soll einfach sprechen und keine Angst vor Fehlern haben. Und jetzt spreche ich einfach. Und du hast keine Angst mehr vor Fehlern? Nein. Ich denke, Sprechen ist wichtig und man lernt viel besser. Das finde ich auch. Natürlich machen wir Fehler. Aber man kann sie nur durch Üben korrigieren. Das heißt, man muss viel sprechen und viel schreiben. Okay. Herr Taskin, erzählen Sie ein bisschen. Woher kommen Sie? Wo haben Sie früher gelebt? Ich bin Afghane. Ich bin in Kabul geboren und habe in der Ukraine Radiotechnik studiert. Da in der Ukraine, an der Universität, habe ich meine Frau kennengelernt. Sie kommt aus der Ukraine und hat Russisch und Weltliteratur studiert. Sie hat für kurze Zeit als Russischlehrerin gearbeitet. Nach dem Studium sind wir nach Afghanistan gegangen. Ich habe eine gute Stelle bekommen. Meine Frau hat nicht gearbeitet. Das war nicht möglich. Sie war zu Hause mit den Kindern. Ich hatte eine interessante Arbeit. Aber die Situation war sehr schwierig und ist immer schwieriger geworden. Und meine Frau hatte immer Angst. Dann haben wir gesagt, wir müssen weggehen. Wir haben Verwandte und Freunde in Großbritannien, in den USA und in Deutschland. Ja, und dann haben wir uns für Deutschland entschieden. Warum? Ich weiß nicht, warum. Die Großmutter von meiner Frau hat immer gesagt, dass Deutschland gut ist. Sie mochte Goethe und hat den Kindern deutsche Märchen erzählt. Ja, dann haben uns unsere Verwandten in Deutschland geholfen. Deshalb sind wir nach Deutschland gegangen. Dialog 2 Herr Taskin, erzählen Sie ein bisschen. Woher kommen Sie? Wo haben Sie früher gelebt? Ich bin Afghane. Ich bin in Kabul geboren und habe in der Ukraine Radiotechnik studiert. Da in der Ukraine, an der Universität, habe ich meine Frau kennengelernt. Sie kommt aus der Ukraine und hat Russisch und Weltliteratur studiert. Sie hat für kurze Zeit als Russischlehrerin gearbeitet. Nach dem Studium sind wir nach Afghanistan gegangen. Ich habe eine gute Stelle bekommen. Meine Frau hat nicht gearbeitet. Das war nicht möglich. Sie war zu Hause mit den Kindern. Ich hatte eine interessante Arbeit. Aber die Situation war sehr schwierig und ist immer schwieriger geworden. Und meine Frau hatte immer Angst. Dann haben wir gesagt, wir müssen weggehen. Wir haben Verwandte und Freunde in Großbritannien, in den USA und in Deutschland. Ja, und dann haben wir uns für Deutschland entschieden. Warum? Ich weiß nicht warum. Die Großmutter von meiner Frau hat immer gesagt, dass Deutschland gut ist. Sie mochte Goethe und hat den Kindern deutsche Märchen erzählt. Ja, dann haben uns unsere Verwandten in Deutschland geholfen. Deshalb sind wir nach Deutschland gegangen. Dialog 3 Frau Taskin, Sie sind dann nach Deutschland gekommen. Ihre Verwandten haben Ihnen geholfen, aber Sie haben nicht bei den Verwandten gewohnt. Wie war der Anfang in Deutschland? Am Anfang haben wir in einem Wohnheim für Ausländer gewohnt, in Gersfeld. Die Wohnung von unseren Verwandten war zu klein. Und die erste Zeit in Deutschland war sehr schwer. Ich war oft depressiv. Mein Mann hat keine Arbeit gefunden. Wir hatten viele Probleme mit den Ämtern und Behörden. Mein Mann hat dann einen Sprachkurs gemacht. Ich hatte keine Zeit. Ich war zu Hause bei den Kindern. Wir haben fünf Kinder und ich hatte kaum Kontakt zu anderen Leuten. Unsere Verwandten wohnen in Hamburg und unsere Freunde in München. Das ist weit weg. Wir haben nur manchmal am Telefon gesprochen. Das war eine schwere Zeit. Aber jetzt geht es Ihnen gut. Wie haben Sie das geschafft? Ja, jetzt geht es uns gut. Mein Mann hat eine Arbeit gefunden. Sie ist nicht so interessant, aber er verdient gut. Und ich bin aktiv geworden. Ich kann nicht zu Hause sitzen, dann werde ich krank. Ich muss immer etwas machen. Ich helfe gern anderen Menschen. Ich brauche Kontakt mit anderen Menschen. Eine richtige Arbeit habe ich nicht gefunden. Ich bin Russischlehrerin und in deutschen Schulen gibt es nicht viel Russischunterricht. Aber ich gebe jetzt in einem Verein Russischunterricht für Kinder aus Russland. Denn die Kinder sollen nicht nur Deutsch lernen, sie sollen auch ihre Muttersprache lernen. Einmal in der Woche kommen sie zu uns und wir machen Unterricht. Und die Eltern kommen auch und wir reden viel, trinken Tee und helfen uns gegenseitig, geben uns Tipps. Manchmal gehen wir auch zusammen zu einem Amt oder einer Behörde. Diese Arbeit ist ganz wichtig für mich. Frau Taskin, Sie sind dann nach Deutschland gekommen. Ihre Verwandten haben Ihnen geholfen, aber Sie haben nicht bei den Verwandten gewohnt. Wie war der Anfang in Deutschland? Am Anfang haben wir in einem Wohnheim für Ausländer gewohnt, in Gersfeld. Die Wohnung von unseren Verwandten war zu klein. Und die erste Zeit in Deutschland war sehr schwer. Ich war oft depressiv. Mein Mann hat keine Arbeit gefunden. Wir hatten viele Probleme mit den Ämtern und Behörden. Mein Mann hat dann einen Sprachkurs gemacht. Ich hatte keine Zeit. Ich war zu Hause bei den Kindern. Wir haben fünf Kinder und ich hatte kaum Kontakt zu anderen Leuten. Unsere Verwandten wohnen in Hamburg und unsere Freunde in München. Das ist weit weg. Wir haben nur manchmal am Telefon gesprochen. Das war eine schwere Zeit. Darüber möchte ich nicht viel sprechen. Aber jetzt geht es Ihnen gut. Wie haben Sie das geschafft? Ja, jetzt geht es uns gut. Mein Mann hat eine Arbeit gefunden. Sie ist nicht so interessant, aber er verdient gut. Und ich bin aktiv geworden. Ich kann nicht zu Hause sitzen, dann werde ich krank. Ich muss immer etwas machen. Ich helfe gern anderen Menschen. Ich brauche Kontakt mit anderen Menschen. Eine richtige Arbeit habe ich nicht gefunden. Ich bin Russischlehrerin und in deutschen Schulen gibt es nicht viel Russischunterricht. Aber ich gebe jetzt in einem Verein Russischunterricht für Kinder aus Russland. Denn die Kinder sollen nicht nur Deutsch lernen, sie sollen auch ihre Muttersprache lernen. Einmal in der Woche kommen sie zu uns und wir machen Unterricht. Und die Eltern kommen auch. Und wir reden viel, trinken Tee. Und helfen uns gegenseitig, geben uns Tipps. Manchmal gehen wir auch zusammen zu einem Amt oder einer Behörde. Diese Arbeit ist ganz wichtig für mich. Und woher kommst du, Lucia? Ich komme aus Argentinien. Ich bin in Bahia Blanca geboren. Vor vier Jahren bin ich zum Studium nach Deutschland gekommen. Wow! Wie hast du das geschafft? Na ja, ich habe erst mal einen Sprachkurs an der Universität gemacht. Und ich bin auch mit dem Studium noch nicht fertig. Und du, Ismail? Ich bin in der Türkei geboren. Aber meine Eltern haben ihre Heimat verlassen. Sie haben in Deutschland Arbeit gesucht. Wann war das? Das war vor über 35 Jahren. Ich bin in Deutschland zur Schule gegangen. Das war am Anfang. Das war am Anfang bestimmt schwierig, oder? Ja, die Situation war nicht einfach. Aber ich glaube, für mich und meinen Bruder war es leichter als für meine Eltern. Warum? Wir haben schnell Deutsch gelernt. Und auch schnell Freunde gefunden. Wir haben den ganzen Tag mit den anderen Kindern auf der Straße Fußball gespielt. Und woher kommst du, Lucia? Ich komme aus Argentinien. Ich bin in Bahia Blanca geboren. Vor vier Jahren bin ich zum Studium nach Deutschland gekommen. Wow! Wie hast du das geschafft? Na ja, ich habe erst mal einen Sprachkurs an der Universität gemacht. Und ich bin auch mit dem Studium noch nicht fertig. Und du, Ismael? Ich bin in der Türkei geboren. Aber meine Eltern haben ihre Heimat verlassen. Sie haben in Deutschland Arbeit gesucht. Wann war das? Das war vor über 35 Jahren. Ich bin in Deutschland zur Schule gegangen. Das war am Anfang bestimmt schwierig, oder? Ja, die Situation war nicht einfach. Aber ich glaube, für mich und meinen Bruder war es leichter als für meine Eltern. Warum? Wir haben schnell Deutsch gelernt. Und auch schnell Freunde gefunden. Wir haben den ganzen Tag mit den anderen Kindern auf der Straße Fußball gespielt. Dialog 5 Unser Thema heute Wie wichtig ist das Internet für den Alltag? Den ganzen Tag online sein. Immer erreichbar sein. Immer informiert sein. Das ist möglich. Aber wollen wir das? Das diskutieren wir heute mit unseren Studiogästen Herrn Merz, Frau Tanna und Julian Demke. Herzlich willkommen. Herr Merz, wie wichtig ist das Internet für Sie? Ich bin Übersetzer von Beruf. Ich arbeite sehr viel mit dem Internet. Ich recherchiere Informationen und benutze auch manchmal die Online-Wörterbücher. Und der Kontakt mit meinen Kunden geht auch über das Internet. Ich habe Kunden in ganz Europa. Ich kann nicht überall hinfahren. Ich finde das Internet praktisch, weil der Kontakt per E-Mail unkompliziert und schnell ist. Das ist sehr wichtig für mich. Ich habe mobiles Internet. Ich muss nicht immer im Büro sitzen. Ich kann auch im Zug arbeiten, dann verliere ich keine Zeit. Ohne Internet ist das nicht möglich. Und natürlich chatte ich auch mit meinen Freunden und habe viele private Kontakte im Internet. In anderen Städten suche ich mir auch Restaurants im Internet. Das finde ich wirklich praktisch. Frau Tanna, Sie sind jetzt 70 Jahre und sind Rentnerin. Sie waren Erzieherin und haben im Kindergarten gearbeitet. Wie wichtig ist das Internet für Sie? Im Beruf habe ich noch kein Internet gebraucht. Heute ist das anders. In vielen Kindergärten gibt es Computer. Die Kinder spielen Computerspiele und viele gehen auch schon ins Internet. Aber früher war das anders. In meinem Kindergarten waren keine Computer. Wir haben vorgelesen oder gespielt. Einen Computer habe ich nicht gebraucht. Aber jetzt habe ich mir ein Tablet gekauft und finde es wunderbar, weil man so viel im Internet machen kann. Und ich gehe auch viel ins Internet. Ich kaufe gerne online ein, ich sehe Filme und ich gehe gerne auf Twitter. Das finde ich interessant. Ohne Internet ist das Leben viel langweiliger. Und jetzt zu dir, Julian. Du bist hier am jüngsten, gerade 16 Jahre alt. Bist du oft im Internet? Ja, klar. Ich habe ein Smartphone mit mobilem Internet. Da bin ich immer im Internet. Und was machst du im Internet? Alles. Chatten, spielen, Nachrichten schicken, Fotos posten, recherchieren. Alles halt. Brauchst du das Internet auch für die Schule? Ja, ich muss oft etwas recherchieren. Für die Hausaufgaben oder für ein Referat. Bei Wikipedia kann man gute Informationen finden. Kannst du auch mal einen Tag ohne Internet? Ohne Internet? Nein, das ist die Katastrophe, weil ich dann keinen Kontakt mit meinen Freunden haben kann. Dialog 5 Unser Thema heute Wie wichtig ist das Internet für den Alltag? Den ganzen Tag online sein. Immer erreichbar sein. Immer informiert sein. Das ist möglich. Aber wollen wir das? Das diskutieren wir heute mit unseren Studiogästen Herrn Merz, Frau Tanna und Julian Demke. Herzlich willkommen. Herr Merz, Ich bin Übersetzer von Beruf. Ich arbeite sehr viel mit dem Internet. Ich recherchiere Informationen und benutze auch manchmal die Online-Wörterbücher. Und der Kontakt mit meinen Kunden geht auch über das Internet. Ich habe Kunden in ganz Europa. Ich kann nicht überall hinfahren. Ich finde das Internet praktisch, weil der Kontakt per E-Mail unkompliziert und schnell ist. Das ist sehr wichtig für mich. Ich habe mobiles Internet. Ich muss nicht immer im Büro sitzen. Ich kann auch im Zug arbeiten, dann verliere ich keine Zeit. Ohne Internet ist das nicht möglich. Und natürlich chatte ich auch mit meinen Freunden und habe viele private Kontakte im Internet. In anderen Städten suche ich mir auch Restaurants im Internet. Das finde ich wirklich praktisch. Frau Tanna, Sie sind jetzt 70 Jahre und sind Rentnerin. Sie waren Erzieherin und haben im Kindergarten gearbeitet. Wie wichtig ist das Internet für Sie? Im Beruf habe ich noch kein Internet gebraucht. Heute ist das anders. In vielen Kindergärten gibt es Computer. Die Kinder spielen Computerspiele. Und viele gehen auch schon ins Internet. Aber früher war das anders. In meinem Kindergarten waren keine Computer. Wir haben vorgelesen oder gespielt. Einen Computer habe ich nicht gebraucht. Aber jetzt habe ich mir ein Tablet gekauft und finde es wunderbar, weil man so viel im Internet machen kann. Und ich gehe auch viel ins Internet. Ich kaufe gerne online ein. Ich sehe Filme. Und ich gehe gerne auf Twitter. Das finde ich interessant. Ohne Internet ist das Leben viel langweiliger. Und jetzt zu dir, Julian. Du bist hier am jüngsten, gerade 16 Jahre alt. Bist du oft im Internet? Ja, klar. Ich habe ein Smartphone mit mobilem Internet. Da bin ich immer im Internet. Und was machst du im Internet? Alles. Chatten, spielen, Nachrichten schicken, Fotos posten, recherchieren. Alles halt. Brauchst du das Internet auch für die Schule? Ja, ich muss oft etwas recherchieren. Für die Hausaufgaben oder für ein Referat. Bei Wikipedia kann man gute Informationen finden. Kannst du auch mal einen Tag ohne Internet? Ohne Internet? Nein, das ist die Katastrophe, weil ich dann keinen Kontakt mit meinen Freunden haben kann. Dialog 6 Habt ihr gestern den Tatort gesehen? Ich finde, dass es der beste Tatort seit Monaten war. Richtig spannend. Ich mag keine Krimis. Ich kann danach meistens nicht gut schlafen. Ich habe keinen Fernseher. Wie? Aber ich höre täglich Radio und lese eine Tageszeitung. Liest du die Zeitung auf deinem Tablet? Nein, auf Papier. Also, das Fernsehen ist mir schon wichtig, weil ich gern Quiz-Sendungen sehe und Liebesfilme. Ich leie mir lieber DVDs, weil ich Filme gern in der Originalsprache anschaue. Und wo schaust du die Filme denn dann? Ohne Fernseher. Auf meinem Laptop. Aha, du hast also einen Computer. Klar, was denkst du denn? Mit Internetanschluss. Habt ihr gestern den Tatort gesehen? Ich finde, dass es der beste Tatort seit Monaten war. Richtig spannend. Ich mag keine Krimis. Ich kann danach meistens nicht gut schlafen. Ich habe keinen Fernseher. Wie? Aber ich höre täglich Radio und lese eine Tageszeitung. Liest du die Zeitung auf deinem Tablet? Nein, auf Papier. Also, das Fernsehen ist mir schon wichtig, weil ich gern Quiz-Sendungen sehe und Liebesfilme. Ich leie mir lieber DVDs, weil ich Filme gern in der Originalsprache anschaue. Und wo schaust du die Filme denn dann? Ohne Fernseher. Auf meinem Laptop. Aha, du hast also einen Computer. Klar, was denkst du denn? Mit Internetanschluss. Dialog 7 Hallo Svenja. Kommt Leo am Sonntag? Nein, er muss arbeiten. Tanja hat auch keine Zeit. Schade. Kommt Nina auch nicht? Doch, sie kommt. Pavel kommt auch. Und was ist mit Malik? Hat er Zeit? Ja, er hat Zeit und kommt ganz sicher. Dialog 7 Hallo Svenja. Kommt Leo am Sonntag? Nein, er muss arbeiten. Tanja hat auch keine Zeit. Schade. Kommt Nina auch nicht? Doch, sie kommt. Pavel kommt auch. Und was ist mit Malik? Hat er Zeit? Ja, er hat Zeit und kommt ganz sicher. Dialog 8 Restaurant am Park. Samstag, guten Abend. Guten Abend. Ich möchte gern für Samstagabend einen Tisch reservieren. Haben Sie da noch etwas frei? Um wie viel Uhr möchten Sie kommen? Gegen 19 Uhr. Und wie viele Personen sind Sie? Zwei Personen. Und wir hätten gern einen Tisch auf der Terrasse. Oh, das tut mir leid. Da sind alle Tische reserviert. Warten Sie. Um 21 Uhr kann ich Ihnen einen Tisch auf der Terrasse reservieren. Passt Ihnen das? Das geht. Sehr gut. Wie ist Ihr Name? Groß. Wie schreibt man das? Mit S oder mit SZ? Mit einem S. Vielen Dank, Frau Groß. Bis Samstagabend. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Dialog 8 Restaurant am Park. Guten Abend. Guten Abend. Ich möchte gern für Samstagabend einen Tisch reservieren. Haben Sie da noch etwas frei? Um wie viel Uhr möchten Sie kommen? Gegen 19 Uhr. Und wie viele Personen sind Sie? Zwei Personen. Und wir hätten gern einen Tisch auf der Terrasse. Oh, das tut mir leid. Da sind alle Tische reserviert. Warten Sie. Um 21 Uhr kann ich Ihnen einen Tisch auf der Terrasse reservieren. Passt Ihnen das? Das geht. Sehr gut. Wie ist Ihr Name? Groß. Wie schreibt man das? Mit S oder mit SZ? Mit einem S. Vielen Dank, Frau Groß. Bis Samstagabend. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Dialog 9 Haben Sie gewählt? Ja, ich nehme erst die Kartoffelsuppe und dann Hähnchen mit Reis und Gemüse. Und für mich die Spaghetti mit Basilikum-Pesto und Tomaten, bitte. Was möchten Sie trinken? Ich nehme einen Weißwein. Und ich nehme einen Apfelsaft. Dialog 9 Wir möchten bezahlen. Moment, ich komme sofort. Zahlen Sie getrennt oder zusammen? Zusammen, bitte. Das war ein Apfelsaft, ein Glas Weißwein, eine Kartoffelsuppe, das Hähnchen mit Reis und Gemüse, sowie die Spaghetti mit Basilikum-Pesto und Tomate. Das macht zusammen 31,10. Hier, bitte. 35 Euro, das stimmt so. Vielen Dank. Das war ein Apfelsaft, ein Glas Weißwein, eine Kartoffelsuppe, das Hähnchen mit Reis und Gemüse, sowie die Spaghetti mit Basilikum-Pesto und Tomate. Das macht zusammen 31,10. Hier, bitte. 35 Euro, das stimmt so. Vielen Dank. Und, wie war Ihr Wochenende? Was habt Ihr gemacht? Ich habe meinen Bruder und seine Familie besucht. Das war sehr nett. Wir sind zusammen schwimmen gegangen. Die Kinder sind super. Sie finden Ihren Onkel aber sicher auch toll. Ja, wir mögen uns sehr. Und du, Anna? Wie war dein Wochenende? Ach, ich habe viel geschlafen und etwas gelesen. Warst du nicht mal draußen? Warst du nicht mal draußen? Spazieren oder so? Nein, ich hatte keine Lust. Warum hast du nicht angerufen? Wir können doch mal zusammen spazieren gehen. Ja? Meinst du wirklich? Klar. Und wie war dein Wochenende, Ismail? Ich habe gearbeitet. Aber du hast doch nicht das ganze Wochenende gearbeitet, oder? Doch. Und, was sagt deine Frau dazu? Na, die ist total genervt. Und meine Kinder auch. Und, wie war euer Wochenende? Was habt Ihr gemacht? Ich habe meinen Bruder und seine Familie besucht. Das war sehr nett. Wir sind zusammen schwimmen gegangen. Die Kinder sind super. Sie finden ihren Onkel aber sicher auch toll. Ja, wir mögen uns sehr. Und du, Anna? Wie war dein Wochenende? Ach, ich habe viel geschlafen und etwas gelesen. Warst du nicht mal draußen? Spazieren oder so? Nein, ich hatte keine Lust. Warum hast du nicht angerufen? Wir können doch mal zusammen spazieren gehen. Ja? Meinst du wirklich? Klar. Und wie war dein Wochenende, Ismail? Ich habe gearbeitet. Ich habe gearbeitet. Aber du hast doch nicht das ganze Wochenende gearbeitet, oder? Doch. Und was sagt deine Frau dazu? Na, die ist total genervt. Und meine Kinder auch. Dialog 12 Hi, Sevilai. Hi, Christoph. Wie geht's? Ja, nicht so gut. Ich schreibe in den nächsten zwei Wochen vier Arbeiten. Und die sind wichtig. Wenn ich die nicht gut schreibe, bekomme ich kein gutes Abschlusszeugnis. Und wenn ich kein gutes Abschlusszeugnis bekomme, dann kann ich meine Ausbildung nicht anfangen. Was willst du denn machen? Ich will eine Ausbildung als Industriemechaniker machen. Da brauche ich gute Noten. Wenn ich in Technik eine 3 habe, bekomme ich die Stelle nicht. Und in der letzten Technik-Arbeit habe ich nur eine 4 geschrieben. Aber du bist doch normalerweise gut in Technik. Was war denn los? Ich hatte keine Zeit für die Schule. Ich habe immer Fußball gespielt und am Wochenende, naja, ich habe nicht viel gelernt. Meine Eltern waren sauer. Jetzt will ich aber lernen. Wenn ich jetzt viel lerne, kann ich auch wieder eine 2 schreiben. Technik ist kein Problem. Aber Englisch. Mein Englisch ist so schlecht, ich habe eine 4 bis 5. Also, mit Englisch, da kann ich dir helfen. Wenn du willst, lernen wir zusammen. Vielleicht, kannst du mir dann Mathe helfen? Ich verstehe das oft nicht so gut. Und du bist ja super, das weiß ich. Ich muss die nächste Mathearbeit gut schreiben. Mindestens eine 3, aber besser eine 2. Wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich in den Ferien Nachhilfe machen. Das will ich nicht. Okay, dann lernen wir zusammen. Wann fangen wir an? Dialog 12 Dialog 12 Hi, Sevilai. Hi, Christoph. Wie geht's? Ja, nicht so gut. Ich schreibe in den nächsten 2 Wochen 4 Arbeiten. Und die sind wichtig. Wenn ich die nicht gut schreibe, bekomme ich kein gutes Abschlusszeugnis. Und wenn ich kein gutes Abschlusszeugnis bekomme, dann kann ich meine Ausbildung nicht anfangen. Was willst du denn machen? Ich will eine Ausbildung als Industriemechaniker machen. Da brauche ich gute Noten. Wenn ich in Technik eine 3 habe, bekomme ich die Stelle nicht. Und in der letzten Technikarbeit habe ich nur eine 4 geschrieben. Aber du bist doch normalerweise gut in Technik. Was war denn los? Ich hatte keine Zeit für die Schule. Ich habe immer Fußball gespielt und am Wochenende, naja, ich habe nicht viel gelernt. Meine Eltern waren sauer. Jetzt will ich aber lernen. Wenn ich jetzt viel lerne, kann ich auch wieder eine 2 schreiben. Technik ist kein Problem. Aber Englisch. Mein Englisch ist so schlecht, ich habe eine 4 bis 5. Also, mit Englisch, da kann ich dir helfen. Wenn du willst, lernen wir zusammen. Vielleicht kannst du mir dann Mathe helfen? Ich verstehe das oft nicht so gut. Und du bist ja super, das weiß ich. Ich muss die nächste Mathearbeit gut schreiben. Mindestens eine 3, aber besser eine 2. Wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich in den Ferien Nachhilfe machen. Das will ich nicht. Okay, dann lernen wir zusammen. Wann fangen wir an? Herzlich willkommen zu unserem Elternabend. Mein Name ist Franziska Neuhaus und ich bin die Klassenlehrerin. Es ist wirklich schön, dass Sie Zeit haben. Ihre Kinder sind ja neu an unserer Schule und da gibt es sicher viele Fragen. Aber ich habe erst einmal ein paar Informationen für Sie. Hier ist eine Liste für Sie. Da können Sie sehen, welche Bücher, Hefte und Stifte Ihre Kinder in der Schule brauchen. Bitte geben Sie die Kopien rum, alle brauchen eine Kopie. Die anderen Bücher bekommen die Kinder von der Schule. Und dann noch eine Information. Wir haben eine Klassenkasse. Für jedes Kind sammeln wir 20 Euro pro Jahr ein. Davon bezahlen wir kleine Ausflüge, wenn wir zum Beispiel in ein Museum gehen oder eine Wanderung machen. Die Kontonummer steht auch auf der Kopie. Sie haben bestimmt auch Fragen. Bitte. Ja, bitte? Gibt es eine Kopie? Gibt es eine Klassenfahrt? Wenn ja, wann machen Sie die Klassenfahrt? Und wie teuer ist das? Jetzt in der fünften Klasse machen wir keine Klassenfahrt. Wir machen in der sechsten Klasse eine Klassenfahrt und dann alle zwei Jahre. Das kostet so ungefähr 200 bis 250 Euro pro Fahrt. Müssen die Kinder die Klassenfahrt mitmachen? Ja, alle Kinder müssen teilnehmen. Ja, bitte? Dürfen die Kinder Handys in die Schule mitnehmen? Ja, sie dürfen die Handys mitnehmen. Aber sie müssen die Handys und andere elektronischen Geräte wie MP3-Player oder Tablets in der Schule ausschalten. Ja? Haben die Kinder in diesem Jahr Schwimmunterricht? Ja, die Kinder haben im ersten Halbjahr Sport in der Turnhalle. Im zweiten Halbjahr gehen sie schwimmen. Müssen alle Kinder beim Schwimmunterricht mitmachen? Ja, das ist normaler Unterricht. Alle Kinder müssen teilnehmen. Keine weiteren Fragen mehr? Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Herzlich willkommen zu unserem Elternabend. Mein Name ist Franziska Neuhaus und ich bin die Klassenlehrerin. Es ist wirklich schön, dass Sie Zeit haben. Ihre Kinder sind ja neu an unserer Schule und da gibt es sicher viele Fragen. Aber ich habe erst einmal ein paar Informationen für Sie. Hier ist eine Liste für Sie. Da können Sie sehen, welche Bücher, Hefte und Stifte Ihre Kinder in der Schule brauchen. Bitte geben Sie die Kopien rum. Alle brauchen eine Kopie. Die anderen Bücher bekommen die Kinder von der Schule. Und dann noch eine Information. Wir haben eine Klassenkasse. Für jedes Kind sammeln wir 20 Euro pro Jahr ein. Davon bezahlen wir kleine Ausflüge, wenn wir zum Beispiel in ein Museum gehen oder eine Wanderung machen. Die Kontonummer steht auch auf der Kopie. Sie haben bestimmt auch Fragen. Bitte. Ja, bitte? Gibt es eine Kopie? Gibt es eine Klassenfahrt? Wenn ja, wann machen Sie die Klassenfahrt? Und wie teuer ist das? Jetzt in der fünften Klasse machen wir keine Klassenfahrt. Wir machen in der sechsten Klasse eine Klassenfahrt und dann alle zwei Jahre. Das kostet so ungefähr 200 bis 250 Euro pro Fahrt. Müssen die Kinder die Klassenfahrt mitmachen? Ja, alle Kinder müssen teilnehmen. Ja, bitte? Dürfen die Kinder Handys in die Schule mitnehmen? Ja, sie dürfen die Handys mitnehmen. Aber sie müssen die Handys und andere elektronischen Geräte wie MP3-Player oder Tablets in der Schule ausschalten. Ja? Haben die Kinder in diesem Jahr Schwimmunterricht? Ja, die Kinder haben im ersten Halbjahr Sport in der Turnhalle. Im zweiten Halbjahr gehen sie schwimmen. Müssen alle Kinder beim Schwimmunterricht mitmachen? Ja, das ist normaler Unterricht. Alle Kinder müssen teilnehmen. Keine weiteren Fragen mehr? Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Was machst du denn hier, Anna? Hallo, Ismail. Ich arbeite hier. Richtig, du bist ja Lehrerin. Meine Kinder sind hier in der Schule. Tarek ist in der ersten und Melia in der dritten Klasse. Aber du bist nicht ihre Lehrerin, oder? Nein, nein. Ich habe im Moment nur in der vierten Klasse Unterricht. Und warum bist du hier? Für einen Elternabend ist es noch ein bisschen früh. Es gibt ein Problem mit Melia. Ich habe einen Termin mit ihrer Lehrerin. Das ist Frau Schulz. Und was ist mit Melia? Sie war immer sehr gut in der Schule. Sie hat auch immer viel erzählt, wenn wir zusammen waren. Aber jetzt ist sie anders. Sie vergisst alles und sie hat keine Lust. Sie ist in der letzten Zeit einfach komisch. Und das nächste Zeugnis ist wichtig, wenn sie auf ein Gymnasium gehen soll. Ja, genau das ist das Problem. Maike, also meine Frau, möchte unbedingt, dass Melia aufs Gymnasium geht. Aber jetzt sind ihre Noten einfach nicht mehr so gut wie früher. Aber eine Realschule ist doch auch in Ordnung. Und wenn Melia gerade eine schwierige Zeit hat, dann sind andere Dinge im Moment vielleicht wichtiger als die Schule und gute Noten. Ja, weißt du, ich hätte wirklich gern mehr Zeit für sie. Dialog 14 Was machst du denn hier, Anna? Hallo, Ismail. Ich arbeite hier. Richtig, du bist ja Lehrerin. Meine Kinder sind hier in der Schule. Tarek ist in der ersten und Melia in der dritten Klasse. Aber du bist nicht ihre Lehrerin, oder? Nein, nein. Ich habe im Moment nur in der vierten Klasse Unterricht. Und warum bist du hier? Für einen Elternabend ist es noch ein bisschen früh. Es gibt ein Problem mit Melia. Ich habe einen Termin mit ihrer Lehrerin. Das ist Frau Schulz. Und was ist mit Melia? Sie war immer sehr gut in der Schule. Sie hat auch immer viel erzählt, wenn wir zusammen waren. Aber jetzt ist sie anders. Sie vergisst alles und sie hat keine Lust. Sie ist in der letzten Zeit einfach komisch. Und das nächste Zeugnis ist wichtig, wenn sie auf ein Gymnasium gehen soll. Ja, genau das ist das Problem. Maike, also meine Frau, möchte unbedingt, dass Melia aufs Gymnasium geht. Aber jetzt sind ihre Noten einfach nicht mehr so gut wie früher. Aber eine Realschule ist doch auch in Ordnung. Und wenn Melia gerade eine schwierige Zeit hat, dann sind andere Dinge im Moment vielleicht wichtiger als die Schule und gute Noten. Ja, weißt du, ich hätte wirklich gern mehr Zeit für sie. Ich glaube um zehn. Ich glaube um zehn. Okay, danke. Können Sie mir sagen, wie der neue Kollege heißt? Sein Name ist Friesinger. Danke. Dialog 17 und 18. Dialog 15 und 16. Wichtige Sätze. Können Sie mir sagen, wann der Chef kommt? Ich glaube um zehn. Okay, danke. Können Sie mir sagen, wie der neue Kollege heißt? Sein Name ist Friesinger. Danke. Dialog 17 und 18. Wichtige Sätze. Können Sie mir erklären, was das bedeutet? Tut mir leid. Das verstehe ich auch nicht. Können Sie mir sagen, wo mein USB-Stick ist? Ja, hier in meinem Computer. Danke. Dialog 17 und 18. Wichtige Sätze. Können Sie mir erklären, was das bedeutet? Tut mir leid. Das verstehe ich auch nicht. Können Sie mir sagen, wo mein USB-Stick ist? Ja, hier in meinem Computer. Danke. Dialog 19. Herr Harris, ich glaube der neue Kopierer ist kaputt. Aber nein, er funktioniert sehr gut. Aber ich kann keine Kopien machen. Der alte Kopierer war besser. Dieser Kopierer ist so kompliziert. Können Sie mir sagen, wo man ihn startet? Ich erkläre Ihnen das gerne. Diese Taste ist die Starttaste. Ach so. Ja, jetzt kommen Kopien. Aber so vieles ist anders. Aber es ist nicht so schwer. Ich erkläre es Ihnen gerne. Der Kopierer hat drei Fächer für Papier. Diese Fächer sind für A4-Papier. Und dieses Fach ist für A3-Papier. Okay, ich verstehe. Aber dieser Kopierer hat noch so viele andere Tasten. Ja, das stimmt. Wenn Sie noch Fragen haben, kommen Sie gerne zu mir. Vielen Dank, Herr Harris. Keine Ursache. Herr Harris, ich glaube, der neue Kopierer ist kaputt. Aber nein, er funktioniert sehr gut. Aber ich kann keine Kopien machen. Der alte Kopierer war besser. Dieser Kopierer ist so kompliziert. Können Sie mir sagen, wo man ihn startet? Ich erkläre Ihnen das gerne. Diese Taste ist die Starttaste. Ach so. Ja, jetzt kommen Kopien. Aber so vieles ist anders. Aber es ist nicht so schwer. Ich erkläre es Ihnen gerne. Der Kopierer hat drei Fächer für Papier. Diese Fächer sind für A4-Papier. Und dieses Fach ist für A3-Papier. Okay, ich verstehe. Aber dieser Kopierer hat noch so viele andere Tasten. Ja, das stimmt. Wenn Sie noch Fragen haben, kommen Sie gerne zu mir. Vielen Dank, Herr Harris. Keine Ursache. Dialog 20 Spedition Mehring. Nicole Olsen am Apparat. Guten Morgen, Frau Olsen. Hier spricht Peter Frey. Ich bin krank und kann heute nicht kommen. Ach, das tut mir leid. Gute Besserung, Herr Frey. Gehen Sie heute noch zum Arzt? Ja, heute Nachmittag. Ich schicke dann eine Krankmeldung. Dialog 21 Spedition Mehring. Nicole Olsen am Apparat. Guten Morgen, Frau Olsen. Hier spricht Peter Frey. Ich bin krank und kann heute nicht kommen. Ach, das tut mir leid. Gute Besserung, Herr Frey. Gehen Sie heute noch zum Arzt? Ja, heute Nachmittag. Ich schicke dann eine Krankmeldung. Dialog 21 Entschuldigung, ist hier noch frei? Natürlich. Nehmen Sie Platz. Sie sind neu hier in der Firma, richtig? Ja, ich arbeite seit drei Tagen hier. Mein Name ist Lars Heidmeier. Ich heiße Martina Obermann. Gefällt es Ihnen bei uns? Ja, sehr gut. Die Kollegen sind nett und die Arbeit ist interessant. In welcher Abteilung arbeiten Sie? In der Buchhaltung. Und Sie? In der Technik. Ich mache technischen Service. Entschuldigung, ist hier noch frei? Natürlich. Nehmen Sie Platz. Sie sind neu hier in der Firma, richtig? Ja, ich arbeite seit drei Tagen hier. Mein Name ist Lars Heidmeier. Ich heiße Martina Obermann. Gefällt es Ihnen bei uns? Ja, sehr gut. Die Kollegen sind nett und die Arbeit ist interessant. In welcher Abteilung arbeiten Sie? In der Buchhaltung. Und Sie? In der Technik. Ich mache technischen Service. Dialog 22. Was verkaufst du eigentlich in deinem Online-Shop, Ismail? Ich verkaufe Elektroartikel. Und was machst du, Tobias? Ich baue Möbel. Ich bin Schreiner. Hast du eine eigene Werkstatt? Nein, ich arbeite bei einem Freund. Ihm gehört die Werkstatt. Das ist doch gut so. Was baust du denn für Möbel? Och, alles Mögliche. Im Moment arbeite ich vor allen Dingen an Schränken und Regalen. Müssen wir über Arbeit reden? Nein, Lucia. Was nervt dich denn am Thema Arbeit? Alles. Dass ich nicht weiß, was ich beruflich machen soll. Dass ich nicht weiß, wie ich mein Studium beenden soll. Dass ich überhaupt nicht weiß, was ich will. Was machst du denn jetzt? Beruflich, meine ich. Ich arbeite in einem Copyshop. Und dieser Job ist einfach nur langweilig. Na wunderbar. So einen Job möchte ich auch haben. Dialog 22 Was verkaufst du eigentlich in deinem Online-Shop, Ismail? Ich verkaufe Elektroartikel. Und was machst du, Tobias? Ich baue Möbel. Ich bin Schreiner. Hast du eine eigene Werkstatt? Nein, ich arbeite bei einem Freund. Ihm gehört die Werkstatt. Das ist doch gut so. Was baust du denn für Möbel? Och, alles Mögliche. Im Moment arbeite ich vor allen Dingen an Schränken und Regalen. Müssen wir über Arbeit reden? Nein, Lucia. Was nervt dich denn am Thema Arbeit? Alles. Dass ich nicht weiß, was ich beruflich machen soll. Dass ich nicht weiß, wie ich mein Studium beenden soll. Dass ich überhaupt nicht weiß, was ich will. Was machst du denn jetzt? Beruflich, meine ich. Ich arbeite in einem Copyshop. Und dieser Job ist einfach nur langweilig. Na wunderbar. So einen Job möchte ich auch haben. Dialog 23 Selig? Guten Tag. Mein Name ist Sorana Balbay. Ich habe Ihre Anzeige gelesen. Eine Drei-Zimmer-Wohnung. Ist die Wohnung noch frei? Ja. Sie ist noch nicht vermietet. Auf dem Zettel steht Kaution 3MM. Was heißt das? Sie müssen eine Kaution von drei Monatsmieten bezahlen. Das sind 2.070 Euro. Ach so. Okay. Kann ich die Wohnung besichtigen? Natürlich. Am Mittwochabend um 20 Uhr. Moment. Ja, das geht. Wie ist die genaue Adresse? Die Wohnung ist in der Blücherstraße 12. Sie wissen, wo das ist? Ja, in der Nähe vom Eisstadion. Das finde ich sicher. Dialog 24 Guten Tag. Ich bin Sorana Balbay. Wir haben vor zwei Tagen telefoniert. Das ist mein Mann Kerem. Guten Tag. Ja, richtig. Sie haben den Termin um 20 Uhr. Ich bin Daniel Selig. Kommen Sie herein. Rein. Vielen Dank. Wo fangen wir an? Ich zeige Ihnen zuerst die Wohnräume. Dieses Zimmer hier ist ziemlich groß und hell. Man kann es gut als Wohnzimmer benutzen. Und hier ist auch der Balkon. Jetzt ist es Abend und die Straße vor dem Haus ist ziemlich ruhig. Wie ist es aber am Tag? Gibt es viel Verkehr und Lärm? Ist hier nicht das Josefs Krankenhaus in der Nähe? Ja, das stimmt. Deshalb fahren manchmal Kranken- und Notarztwagen auf der Hauptstraße vorbei. Aber das passiert nicht oft und sie fahren meistens ohne Alarmsirene. Oh, dieses Zimmer ist sicher gut als Schlafzimmer geeignet. Es ist zwar klein und auch ein bisschen dunkel, aber es ist sehr ruhig. Wie viele Quadratmeter hat es? Moment. Da muss ich nachsehen. Es sind genau zwölf. Ja, zwölf. Hier ist das dritte Zimmer. Das ist sehr gut. Das Zimmer kann ich als Arbeitszimmer benutzen. Es ist viel Platz für meinen Schreibtisch und die Bücherregale. Allerdings sehe ich, dass die Wohnung noch nicht renoviert ist. Wir lassen das noch machen. Aber wenn Sie diese Wohnung mieten, können wir natürlich über die Wandfarbe und andere Dinge reden. Auch den Boden wollen wir noch erneuern. Das heißt, Sie renovieren alles? Ja. Äh, nein. Ich mache die Renovierung nicht selbst. Ich habe keine Zeit. Ich lasse die Wohnung renovieren. Ich habe einer Firma den Auftrag gegeben. Alles klar. Können wir jetzt noch die Küche sehen? Ja, natürlich. Natürlich. Gerne. Die Küche gefällt mir. Sie bietet viel Platz. Aber die Einbauküche ist schon ziemlich alt. Ich denke, dass wir eine neue kaufen. Was meinst du, Sorana? Ja, das möchte ich auch. Das ist nicht nötig. Die Einbauküche lasse ich auswechseln. Das macht eine Küchenfirma. Die hat schon alles geplant. In einer Woche ist der Einbau. Wir können also bei der Küche nichts mehr selbst machen? Nein, das tut mir leid. Das ist alles schon fertig. Dialog 24. Guten Tag, ich bin Sorana Balbay. Wir haben vor zwei Tagen telefoniert. Das ist mein Mann Kerem. Guten Tag. Ja, richtig. Sie haben den Termin um 20 Uhr. Ich bin Daniel Selig. Kommen Sie herein. Vielen Dank. Wo fangen wir an? Ich zeige Ihnen zuerst die Wohnräume. Dieses Zimmer hier ist ziemlich groß und hell. Man kann es gut als Wohnzimmer benutzen. Und hier ist auch der Balkon. Jetzt ist es Abend und die Straße vor dem Haus ist ziemlich ruhig. Wie ist es aber am Tag? Gibt es viel Verkehr und Lärm? Ist hier nicht das Josefs Krankenhaus in der Nähe? Ja, das stimmt. Deshalb fahren manchmal Kranken- und Notarztwagen auf der Hauptstraße vorbei. Aber das passiert nicht oft und sie fahren meistens ohne Alarmsirene. Oh, dieses Zimmer ist sicher gut als Schlafzimmer geeignet. Es ist zwar klein und auch ein bisschen dunkel, aber es ist sehr ruhig. Wie viele Quadratmeter hat es? Moment. Da muss ich nachsehen. Es sind genau zwölf. Ja, zwölf. Hier ist das dritte Zimmer. Das ist sehr gut. Das Zimmer kann ich als Arbeitszimmer benutzen. Es ist viel Platz für meinen Schreibtisch und die Bücherregale. Allerdings sehe ich, dass die Wohnung noch nicht renoviert ist. Wir lassen das noch machen. Aber wenn Sie diese Wohnung mieten, können wir natürlich über die Wandfarbe und andere Dinge reden. Auch den Boden wollen wir noch erneuern. Das heißt, Sie renovieren alles? Ja. Äh, nein. Ich mache die Renovierung nicht selbst. Ich habe keine Zeit. Ich lasse die Wohnung renovieren. Ich habe einer Firma den Auftrag gegeben. Alles klar. Können wir jetzt noch die Küche sehen? Ja, natürlich. Natürlich. Gerne. Die Küche gefällt mir. Sie bietet viel Platz. Aber die Einbauküche ist schon ziemlich alt. Ich denke, dass wir eine neue kaufen. Was meinst du, Sorana? Ja, das möchte ich auch. Das ist nicht nötig. Die Einbauküche lasse ich auswechseln. Das macht eine Küchenfirma. Die hat schon alles geplant. In einer Woche ist der Einbau. Wir können also bei der Küche nichts mehr selbst machen? Nein, das tut mir leid. Das ist alles schon fertig. Dialog 25 Endlich ist alles in der Wohnung. Aber was für ein Chaos. Was meinst du? Sollen wir heute noch die Möbel aufbauen? Heute? Samstagabend? Nein, ich bin so müde. Ja, ich auch. Dann gehen wir lieber früh schlafen. Morgen kommen ja auch unsere Freunde wieder. Ich finde es toll, wie die uns helfen. Am nächsten Wochenende machen wir dann ein schönes Essen für alle als Dankeschön. Dialog 25 Endlich ist alles in der Wohnung. Aber was für ein Chaos. Aber was für ein Chaos. Was meinst du? Sollen wir heute noch die Möbel aufbauen? Heute? Samstagabend? Nein, ich bin so müde. Ja, ich auch. Dann gehen wir lieber früh schlafen. Morgen kommen ja auch unsere Freunde wieder. Ich finde es toll, wie die uns helfen. Am nächsten Wochenende machen wir dann ein schönes Essen für alle als Dankeschön. Dialog 26 Guten Tag, können Sie mir helfen? Ja, gern. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte meine Wohnung streichen und brauche Farbe und Pinsel. Ja, Wandfarbe haben wir da drüben und die Pinsel und Farbroller finden Sie links neben der Farbe im Regal. Wir haben auch ein Sonderangebot. Ein Pinselset für nur 5,35 Euro oder einen Farbroller nur 4,45 Euro. Ja, den nehme ich. Ein Roller ist besser als ein Pinsel. Brauchen Sie auch eine Leiter? Nein, eine Leiter habe ich schon. Dialog 26 Guten Tag, können Sie mir helfen? Ja, gern. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte meine Wohnung streichen und brauche Farbe und Pinsel. Ja, Wandfarbe haben wir da drüben und die Pinsel und Farbroller finden Sie links neben der Farbe im Regal. Wir haben auch ein Sonderangebot. Ein Pinselset für nur 5,35 Euro oder einen Farbroller nur 4,45 Euro. Ja, den nehme ich. Ein Roller ist besser als ein Pinsel. Brauchen Sie auch eine Leiter? Nein, eine Leiter habe ich schon. Dialog 27 Guten Tag, wir möchten uns vorstellen. Wir sind die neuen Nachbarn. Wir heißen Balbay. Guten Tag, mein Name ist Becker. Hoffentlich fühlen Sie sich hier wohl. Haben Sie Kinder? Ja, wir haben zwei Mädchen. Sie sind 5 und 8 Jahre alt. Oh, das ist schön. Ich habe auch Kinder. Zwei Jungen und ein Mädchen. Die Jungen sind Zwillinge. Sie sind 6 und das Mädchen ist 8. Ach, schön. Wir haben vorher in der Nähe vom Stadtzentrum gewohnt und die Wohnung war laut und klein. Hier haben wir mehr Platz. Das ist wunderbar. Ich freue mich, dass Sie diese Wohnung bekommen haben. Dialog 27 Guten Tag, wir möchten uns vorstellen. Wir sind die neuen Nachbarn. Wir heißen Balbay. Guten Tag, mein Name ist Becker. Hoffentlich fühlen Sie sich hier wohl. Haben Sie Kinder? Ja, wir haben zwei Mädchen. Sie sind 5 und 8 Jahre alt. Oh, das ist schön. Ich habe auch Kinder. Zwei Jungen und ein Mädchen. Die Jungen sind Zwillinge. Sie sind 6 und das Mädchen ist 8. Ach, schön. Wir haben vorher in der Nähe vom Stadtzentrum gewohnt und die Wohnung war laut und klein. Hier haben wir mehr Platz, das ist wunderbar. Ich freue mich, dass Sie diese Wohnung bekommen haben. Dialog 28 Guten Tag, wir sind die neuen Nachbarn. Balbay heißen wir. Guten Tag. Ähm, wir wollten uns nur kurz vorstellen. Ja und? Ähm, ja also, dann gehen wir mal wieder. Einen schönen Tag noch. Oh je, das kann ja lustig werden. Ja, und? Ja, also, dann gehen wir mal wieder. Einen schönen Tag noch. Oje, das kann ja lustig werden. Dialog 29 Guten Tag. Wir möchten uns vorstellen. Wir sind die neuen Nachbarn. Balba ist unser Name. Das ist meine Frau. Guten Tag. Freut mich, Sie kennenzulernen. Woher kommen Sie denn? Jetzt kommen wir aus Köln. Meine Frau kommt aber aus Rumänien. Ah, Rumänien. Wir wollten immer schon einmal nach Rumänien. Wir sehen immer im Fernsehen Reportagen über fremde Länder. Das ist so interessant. Ja, Rumänien ist ein wunderschönes Land. Wir haben viele Fotos. Vielleicht möchten Sie einmal kommen. Dann trinken wir einen Tee und zeigen Ihnen Fotos. Oh, wir möchten nicht stören. Sie haben jetzt bestimmt viel zu tun. Ein Umzug ist immer viel Arbeit. Nein, nein, das geht schon. Wir freuen uns, wenn Sie kommen. Vielleicht am nächsten Wochenende? Dialog 29 Guten Tag. Wir möchten uns vorstellen. Wir sind die neuen Nachbarn. Balba ist unser Name. Das ist meine Frau. Guten Tag. Freut mich, Sie kennenzulernen. Woher kommen Sie denn? Jetzt kommen wir aus Köln. Meine Frau kommt aber aus Rumänien. Ah, Rumänien. Wir wollten immer schon einmal nach Rumänien. Wir sehen immer im Fernsehen Reportagen über fremde Länder. Das ist so interessant. Ja, Rumänien ist ein wunderschönes Land. Wir haben viele Fotos. Vielleicht möchten Sie einmal kommen. Dann trinken wir einen Tee und zeigen Ihnen Fotos. Oh, wir möchten nicht stören. Sie haben jetzt bestimmt viel zu tun. Ein Umzug ist immer viel Arbeit. Nein, nein, das geht schon. Wir freuen uns, wenn Sie kommen. Vielleicht am nächsten Wochenende? Dialog 30 Sich fühlen Dialog 30 Ich fühle mich gut. Wie fühlst du dich? Er fühlt sich stark. Sie fühlt sich einsam. Wir fühlen uns müde. Fühlt ihr euch wohl? Sie fühlen sich fantastisch. Dialog 31 Wichtige Sätze Die neue Wohnung Der Vermieter lässt die Wohnung renovieren. Die neuen Mieter machen den Umzug selbst. Sie legen die Teppiche auf den Boden. Sie transportieren die Möbel. Sie hängen die Bilder an die Wand. Sie stellen die Blumen ans Fenster. Aber die Lampen hängen sie nicht selbst auf. Sie lassen die Lampen aufhängen. Zum Schluss stellen sie sich den Nachbarn vor. Die neue Wohnung Der Vermieter lässt die Wohnung renovieren. Die neuen Mieter machen den Umzug selbst. Sie legen die Teppiche auf den Boden. Sie transportieren die Möbel. Sie hängen die Bilder an die Wand. Sie hängen die Bilder an die Wand. Sie stellen die Blumen ans Fenster. Aber die Lampen hängen sie nicht selbst auf. Sie lassen die Lampen aufhängen. Zum Schluss stellen sie sich den Nachbarn vor. Dialog 32 Du machst das Café ganz allein, oder? Ja, es ist nicht ganz einfach, aber es macht mir Spaß. Es ist ja auch total schön hier. Danke. Ich suche gern Möbel und Farben aus. Und ich dekoriere gern. Du, ich bin ganz froh, dass du da bist. Ich wollte dich nämlich etwas fragen. Ja, bitte? Ich brauche noch ein Regal für die Küche. Zuerst wollte ich das machen lassen, aber ich habe im Moment nicht so viel Geld. Und ganz allein schaffe ich das nicht. Du weißt, dass ich Schreiner bin, oder? Ja, das habe ich gehört. Vielleicht könntest du... Klar, ich kann dir gern helfen. Ich kann schon viel selbst machen. Wände tapezieren und streichen, Lampen und Bilder aufhängen. Aber Möbel bauen finde ich schwierig. Ich habe auch keine richtige Idee, wie das Regal aussehen soll. Aber ich habe einen Hammer und Schrauben und... Sarah, ich helfe dir wirklich gern. Danke. Du machst das Café ganz allein, oder? Ja, es ist nicht ganz einfach, aber es macht mir Spaß. Es ist ja auch total schön hier. Danke. Ich suche gern Möbel und Farben aus und ich dekoriere gern. Du, ich bin ganz froh, dass du da bist. Ich wollte dich nämlich etwas fragen. Ja, bitte? Ich brauche noch ein Regal für die Küche. Zuerst wollte ich das machen lassen, aber ich habe im Moment nicht so viel Geld. Und ganz allein schaffe ich das nicht. Du weißt, dass ich Schreiner bin, oder? Ja, das habe ich, ähm, gehört. Vielleicht könntest du... Klar, ich kann dir gern helfen. Ich kann schon viel selbst machen. Wände tapezieren und streichen, Lampen und Bilder aufhängen. Aber Möbel bauen finde ich schwierig. Ich habe auch keine richtige Idee, wie das Regal aussehen soll. Aber ich habe einen Hammer und Schrauben und... Sarah, ich helfe dir wirklich gern. Danke. Dialog 1 Hallo Jakob, wie läuft dein Deutschkurs? Hallo Nessa. Ach, eigentlich bin ich ganz zufrieden. Ich lerne viel und auch die Grammatik verstehe ich ganz gut. Aber? Mir fehlen oft Wörter oder ich vergesse alle Wörter immer wieder. Deshalb macht mir das Lesen von Texten oft keinen Spaß. Du kannst vielleicht mit Karteikarten lernen. Das heißt, du schreibst jedes neue Wort auf eine Karte. Die Karten sortierst du dann nach Themen, wie zum Beispiel Wohnen oder Essen. So kannst du sie systematisch lernen. Gute Idee. Danke. Wie war das Deutschlernen denn bei dir? Am Anfang hatte ich immer Angst vor Fehlern beim Sprechen. Deshalb habe ich lieber gar nicht gesprochen. Aber mein Freund hat gesagt, ich soll einfach sprechen und keine Angst vor Fehlern haben. Und jetzt spreche ich einfach. Und du hast keine Angst mehr vor Fehlern? Nein. Ich denke, Sprechen ist wichtig und man lernt viel besser. Das finde ich auch. Natürlich machen wir Fehler. Aber man kann sie nur durch Üben korrigieren. Das heißt, man muss viel sprechen und viel schreiben. Dialog 1 Hallo Jakob, wie läuft dein Deutschkurs? Hallo Nessa. Ach, eigentlich bin ich ganz zufrieden. Ich lerne viel und auch die Grammatik verstehe ich ganz gut. Aber? Mir fehlen oft Wörter oder ich vergesse alle Wörter immer wieder. Deshalb macht mir das Lesen von Texten oft keinen Spaß. Du kannst vielleicht mit Karteikarten lernen. Das heißt, du schreibst jedes neue Wort auf eine Karte. Die Karten sortierst du dann nach Themen wie zum Beispiel Wohnen oder Essen. So kannst du sie systematisch lernen. Gute Idee. Danke. Wie war das Deutschlernen denn bei dir? Am Anfang hatte ich immer Angst vor Fehlern beim Sprechen. Deshalb habe ich lieber gar nicht gesprochen. Aber mein Freund hat gesagt, ich soll einfach sprechen und keine Angst vor Fehlern haben. Und jetzt spreche ich einfach. Und du hast keine Angst mehr vor Fehlern? Nein. Ich denke, Sprechen ist wichtig und man lernt viel besser. Das finde ich auch. Natürlich machen wir Fehler. Aber man kann sie nur durch Üben korrigieren. Das heißt, man muss viel sprechen und viel schreiben. Herr Taskin, erzählen Sie ein bisschen. Woher kommen Sie? Wo haben Sie früher gelebt? Ich bin Afghane. Ich bin in Kabul geboren und habe in der Ukraine Radiotechnik studiert. Da in der Ukraine, an der Universität, habe ich meine Frau kennengelernt. Sie kommt aus der Ukraine und hat Russisch und Weltliteratur studiert. Sie hat für kurze Zeit als Russischlehrerin gearbeitet. Nach dem Studium sind wir nach Afghanistan gegangen. Ich habe eine gute Stelle bekommen. Meine Frau hat nicht gearbeitet. Das war nicht möglich. Sie war zu Hause mit den Kindern. Ich hatte eine interessante Arbeit. Aber die Situation war sehr schwierig und ist immer schwieriger geworden. Und meine Frau hatte immer Angst. Dann haben wir gesagt, wir müssen weggehen. Wir haben Verwandte und Freunde in Großbritannien, in den USA und in Deutschland. Ja, und dann haben wir uns für Deutschland entschieden. Warum? Ich weiß nicht, warum. Die Großmutter von meiner Frau hat immer gesagt, dass Deutschland gut ist. Sie mochte Goethe und hat den Kindern deutsche Märchen erzählt. Ja, dann haben uns unsere Verwandten in Deutschland geholfen. Deshalb sind wir nach Deutschland gegangen. Herr Taskin, erzählen Sie ein bisschen. Woher kommen Sie? Wo haben Sie früher gelebt? Ich bin Afghane. Ich bin in Kabul geboren und habe in der Ukraine Radiotechnik studiert. Da in der Ukraine, an der Universität, habe ich meine Frau kennengelernt. Sie kommt aus der Ukraine und hat Russisch und Weltliteratur studiert. Sie hat für kurze Zeit als Russischlehrerin gearbeitet. Nach dem Studium sind wir nach Afghanistan gegangen. Ich habe eine gute Stelle bekommen. Meine Frau hat nicht gearbeitet. Das war nicht möglich. Sie war zu Hause mit den Kindern. Ich hatte eine interessante Arbeit. Aber die Situation war sehr schwierig und ist immer schwieriger geworden. Und meine Frau hatte immer Angst. Dann haben wir gesagt, wir müssen weggehen. Wir haben Verwandte und Freunde in Großbritannien, in den USA und in Deutschland. Ja, und dann haben wir uns für Deutschland entschieden. Warum? Ich weiß nicht, warum. Die Großmutter von meiner Frau hat immer gesagt, dass Deutschland gut ist. Sie mochte Goethe und hat den Kindern deutsche Märchen erzählt. Ja, dann haben uns unsere Verwandten in Deutschland geholfen. Deshalb sind wir nach Deutschland gegangen. Dialog 3 Frau Taskin, Sie sind dann nach Deutschland gekommen. Ihre Verwandten haben Ihnen geholfen, aber Sie haben nicht bei den Verwandten gewohnt. Wie war der Anfang in Deutschland? Am Anfang haben wir in einem Wohnheim für Ausländer gewohnt, in Gersfeld. Die Wohnung von unseren Verwandten war zu klein. Und die erste Zeit in Deutschland war sehr schwer. Ich war oft depressiv. Mein Mann hat keine Arbeit gefunden. Wir hatten viele Probleme mit den Ämtern und Behörden. Mein Mann hat dann einen Sprachkurs gemacht. Ich hatte keine Zeit. Ich war zu Hause bei den Kindern. Wir haben fünf Kinder und ich hatte kaum Kontakt zu anderen Leuten. Unsere Verwandten wohnen in Hamburg und unsere Freunde in München. Das ist weit weg. Wir haben nur manchmal am Telefon gesprochen. Das war eine schwere Zeit. Darüber möchte ich nicht viel sprechen. Aber jetzt geht es Ihnen gut. Wie haben Sie das geschafft? Ja, jetzt geht es uns gut. Mein Mann hat eine Arbeit gefunden. Sie ist nicht so interessant, aber er verdient gut. Und ich bin aktiv geworden. Ich kann nicht zu Hause sitzen. Dann werde ich krank. Ich muss immer etwas machen. Ich helfe gern anderen Menschen. Ich brauche Kontakt mit anderen Menschen. Eine richtige Arbeit habe ich nicht gefunden. Ich bin Russischlehrerin. Und in deutschen Schulen gibt es nicht viel Russischunterricht. Aber ich gebe jetzt in einem Verein Russischunterricht für Kinder aus Russland. Denn die Kinder sollen nicht nur Deutsch lernen, sie sollen auch ihre Muttersprache lernen. Einmal in der Woche kommen sie zu uns und wir machen Unterricht. Und die Eltern kommen auch. Und wir reden viel, trinken Tee. Und helfen uns gegenseitig, geben uns Tipps. Manchmal gehen wir auch zusammen zu einem Amt oder einer Behörde. Diese Arbeit ist ganz wichtig für mich. Dialog 3 Frau Taskin, Sie sind dann nach Deutschland gekommen. Ihre Verwandten haben Ihnen geholfen, aber Sie haben nicht bei den Verwandten gewohnt. Wie war der Anfang in Deutschland? Am Anfang haben wir in einem Wohnheim für Ausländer gewohnt, in Gersfeld. Die Wohnung von unseren Verwandten war zu klein. Und die erste Zeit in Deutschland war sehr schwer. Ich war oft depressiv. Mein Mann hat keine Arbeit gefunden. Wir hatten viele Probleme mit den Ämtern und Behörden. Mein Mann hat dann einen Sprachkurs gemacht. Ich hatte keine Zeit. Ich war zu Hause bei den Kindern. Wir haben fünf Kinder und ich hatte kaum Kontakt zu anderen Leuten. Unsere Verwandten wohnen in Hamburg und unsere Freunde in München. Das ist weit weg. Wir haben nur manchmal am Telefon gesprochen. Das war eine schwere Zeit. Darüber möchte ich nicht viel sprechen. Aber jetzt geht es Ihnen gut. Wie haben Sie das geschafft? Ja, jetzt geht es uns gut. Mein Mann hat eine Arbeit gefunden. Sie ist nicht so interessant, aber er verdient gut. Und ich bin aktiv geworden. Ich kann nicht zu Hause sitzen. Dann werde ich krank. Ich muss immer etwas machen. Ich helfe gern anderen Menschen. Ich brauche Kontakt mit anderen Menschen. Eine richtige Arbeit habe ich nicht gefunden. Ich bin Russischlehrerin und in deutschen Schulen gibt es nicht viel Russischunterricht. Aber ich gebe jetzt in einem Verein Russischunterricht für Kinder aus Russland. Denn die Kinder sollen nicht nur Deutsch lernen, sie sollen auch ihre Muttersprache lernen. Einmal in der Woche kommen sie zu uns und wir machen Unterricht. Und die Eltern kommen auch. Und wir reden viel, trinken Tee. Und helfen uns gegenseitig, geben uns Tipps. Manchmal gehen wir auch zusammen zu einem Amt oder einer Behörde. Diese Arbeit ist ganz wichtig für mich. Und woher kommst du, Lucia? Ich komme aus Argentinien. Ich bin in Bahia Blanca geboren. Vor vier Jahren bin ich zum Studium nach Deutschland gekommen. Wow, wie hast du das geschafft? Naja, ich habe erstmal einen Sprachkurs an der Universität gemacht. Und ich bin auch mit dem Studium noch nicht fertig. Und du, Ismail? Ich bin in der Türkei geboren. Aber meine Eltern haben ihre Heimat verlassen. Sie haben in Deutschland Arbeit gesucht. Wann war das? Das war vor über 35 Jahren. Ich bin in Deutschland zur Schule gegangen. Das war am Anfang bestimmt schwierig, oder? Ja, die Situation war nicht einfach. Aber ich glaube, für mich und meinen Bruder war es leichter als für meine Eltern. Warum? Wir haben schnell Deutsch gelernt. Und auch schnell Freunde gefunden. Wir haben den ganzen Tag mit den anderen Kindern auf der Straße Fußball gespielt. Dialog 4 Und woher kommst du, Lucia? Ich komme aus Argentinien. Ich bin in Bahia Blanca geboren. Vor vier Jahren bin ich zum Studium nach Deutschland gekommen. Wow, wie hast du das geschafft? Naja, ich habe erstmal einen Sprachkurs an der Universität gemacht. Und ich bin auch mit dem Studium noch nicht fertig. Und du, Ismail? Ich bin in der Türkei geboren. Aber meine Eltern haben ihre Heimat verlassen. Sie haben in Deutschland Arbeit gesucht. Wann war das? Das war vor über 35 Jahren. Ich bin in Deutschland zur Schule gegangen. Das war am Anfang bestimmt schwierig, oder? Ja, die Situation war nicht einfach. Aber ich glaube, für mich und meinen Bruder war es leichter als für meine Eltern. Warum? Wir haben schnell Deutsch gelernt. Und auch schnell Freunde gefunden. Wir haben den ganzen Tag mit den anderen Kindern auf der Straße Fußball gespielt. Dialog 5 Unser Thema heute Wie wichtig ist das Internet für den Alltag? Den ganzen Tag online sein. Immer erreichbar sein. Immer informiert sein. Das ist möglich. Aber wollen wir das? Das diskutieren wir heute mit unseren Studiogästen Herrn Merz, Frau Tanna und Julian Demke. Herzlich willkommen. Herr Merz, wie wichtig ist das Internet für Sie? Ich bin Übersetzer von Beruf. Ich arbeite sehr viel mit dem Internet. Ich recherchiere Informationen und benutze auch manchmal die Online-Wörterbücher. Und der Kontakt mit meinen Kunden geht auch über das Internet. Ich habe Kunden in ganz Europa. Ich kann nicht überall hinfahren. Ich finde das Internet praktisch, weil der Kontakt per E-Mail unkompliziert und schnell ist. Das ist sehr wichtig für mich. Ich habe mobiles Internet. Ich muss nicht immer im Büro sitzen. Ich kann auch im Zug arbeiten. Dann verliere ich keine Zeit. Ohne Internet ist das nicht möglich. Und natürlich chatte ich auch mit meinen Freunden und habe viele private Kontakte im Internet. In anderen Städten suche ich mir auch Restaurants im Internet. Das finde ich wirklich praktisch. Frau Tanner, Sie sind jetzt 70 Jahre und sind Rentnerin. Sie waren Erzieherin und haben im Kindergarten gearbeitet. Wie wichtig ist das Internet für Sie? Im Beruf habe ich noch kein Internet gebraucht. Heute ist das anders. In vielen Kindergärten gibt es Computer. Die Kinder spielen Computerspiele. Und viele gehen auch schon ins Internet. Aber früher war das anders. In meinem Kindergarten waren keine Computer. Wir haben vorgelesen oder gespielt. Einen Computer habe ich nicht gebraucht. Aber jetzt habe ich mir ein Tablet gekauft und finde es wunderbar, weil man so viel im Internet machen kann. Und ich gehe auch viel ins Internet. Ich kaufe gerne online ein. Ich sehe Filme. Und ich gehe gerne auf Twitter. Das finde ich interessant. Ohne Internet ist das Leben viel langweiliger. Und jetzt zu dir, Julian. Du bist hier am jüngsten, gerade 16 Jahre alt. Bist du oft im Internet? Ja, klar. Ich habe ein Smartphone mit mobilem Internet. Da bin ich immer im Internet. Und was machst du im Internet? Ja. Alles. Chatten, spielen, Nachrichten schicken, Fotos posten, recherchieren. Alles halt. Brauchst du das Internet auch für die Schule? Ja. Ich muss oft etwas recherchieren. Für die Hausaufgaben oder für ein Referat. Bei Wikipedia kann man gute Informationen finden. Kannst du auch mal einen Tag ohne Internet? Ohne Internet? Nein. Das ist die Katastrophe, weil ich dann keinen Kontakt mit meinen Freunden haben kann. Dialog 5 Unser Thema heute Wie wichtig ist das Internet für den Alltag? Den ganzen Tag online sein. Immer erreichbar sein. Immer informiert sein. Das ist möglich. Aber wollen wir das? Das diskutieren wir heute mit unseren Studiogästen Herrn Merz, Frau Tanna und Julian Demke. Herzlich willkommen. Herr Merz, wie wichtig ist das Internet für Sie? Ich bin Übersetzer von Beruf. Ich arbeite sehr viel mit dem Internet. Ich recherchiere Informationen und benutze auch manchmal die Online-Wörterbücher. Und der Kontakt mit meinen Kunden geht auch über das Internet. Ich habe Kunden in ganz Europa. Ich kann nicht überall hinfahren. Ich finde das Internet praktisch, weil der Kontakt per E-Mail unkompliziert und schnell ist. Das ist sehr wichtig für mich. Ich habe mobiles Internet. Ich muss nicht immer im Büro sitzen. Ich kann auch im Zug arbeiten, dann verliere ich keine Zeit. Ohne Internet ist das nicht möglich. Und natürlich chatte ich auch mit meinen Freunden und habe viele private Kontakte im Internet. In anderen Städten suche ich mir auch Restaurants im Internet. Das finde ich wirklich praktisch. Frau Tanner, Sie sind jetzt 70 Jahre und sind Rentnerin. Sie waren Erzieherin und haben im Kindergarten gearbeitet. Wie wichtig ist das Internet für Sie? Im Beruf habe ich noch kein Internet gebraucht. Heute ist das anders. In vielen Kindergärten gibt es Computer. Die Kinder spielen Computerspiele. Und viele gehen auch schon ins Internet. Aber früher war das anders. In meinem Kindergarten waren keine Computer. Wir haben vorgelesen oder gespielt. Einen Computer habe ich nicht gebraucht. Aber jetzt habe ich mir ein Tablet gekauft und finde es wunderbar, weil man so viel im Internet machen kann. Und ich gehe auch viel ins Internet. Ich kaufe gerne online ein. Ich sehe Filme. Und ich gehe gerne auf Twitter. Das finde ich interessant. Ohne Internet ist das Leben viel langweiliger. Und jetzt zu dir, Julian. Du bist hier am jüngsten, gerade 16 Jahre alt. Bist du oft im Internet? Ja, klar. Ich habe ein Smartphone mit mobilem Internet. Da bin ich immer im Internet. Und was machst du im Internet? Alles. Chatten, spielen, Nachrichten schicken, Fotos posten, recherchieren. Alles halt. Brauchst du das Internet auch für die Schule? Ja. Ich muss oft etwas recherchieren. Für die Hausaufgaben oder für ein Referat. Bei Wikipedia kann man gute Informationen finden. Kannst du auch mal einen Tag ohne Internet? Ohne Internet? Nein. Das ist die Katastrophe, weil ich dann keinen Kontakt mit meinen Freunden haben kann. Dialog 6 Habt ihr gestern den Tatort gesehen? Ich finde, dass es der beste Tatort seit Monaten war. Richtig spannend. Ich mag keine Krimis. Ich kann danach meistens nicht gut schlafen. Ich habe keinen Fernseher. Wie? Aber ich höre täglich Radio und lese eine Tageszeitung. Liest du die Zeitung auf deinem Tablet? Nein, auf Papier. Also, das Fernsehen ist mir schon wichtig, weil ich gern Quiz-Sendungen sehe. Und liebes Filme. Ich leie mir lieber DVDs, weil ich Filme gern in der Originalsprache anschaue. Und wo schaust du die Filme denn dann? Ohne Fernseher? Auf meinem Laptop. Aha. Du hast also einen Computer. Klar. Was denkst du denn? Mit Internetanschluss. Dialog 6 Habt ihr gestern den Tatort gesehen? Ich finde, dass es der beste Tatort seit Monaten war. Richtig spannend. Ich mag keine Krimis. Ich kann danach meistens nicht gut schlafen. Ich habe keinen Fernseher. Wie? Aber ich höre täglich Radio und lese eine Tageszeitung. Liest du die Zeitung auf deinem Tablet? Nein, auf Papier. Also, das Fernsehen ist mir schon wichtig, weil ich gern Quiz-Sendungen sehe. Und liebes Filme. Ich leie mir lieber DVDs, weil ich Filme gern in der Originalsprache anschaue. Und wo schaust du die Filme denn dann? Ohne Fernseher? Auf meinem Laptop. Aha. Du hast also einen Computer. Klar. Was denkst du denn? Mit Internetanschluss. Dialog 7 Hallo Svenja. Kommt Leo am Sonntag? Nein, er muss arbeiten. Tanja hat auch keine Zeit. Schade. Kommt Nina auch nicht? Doch, sie kommt. Pavel kommt auch. Und was ist mit Malik? Hat er Zeit? Ja, er hat Zeit und kommt ganz sicher. Dialog 7 Hallo Svenja. Kommt Leo am Sonntag? Nein, er muss arbeiten. Tanja hat auch keine Zeit. Schade. Kommt Nina auch nicht? Doch, sie kommt. Pavel kommt auch. Und was ist mit Malik? Hat er Zeit? Ja, er hat Zeit und kommt ganz sicher. Dialog 8 Restaurant am Park. Guten Abend. Guten Abend. Ich möchte gern für Samstagabend einen Tisch reservieren. Haben Sie da noch etwas frei? Um wie viel Uhr möchten Sie kommen? Gegen 19 Uhr. Und wie viele Personen sind Sie? Zwei Personen. Und wir hätten gern einen Tisch auf der Terrasse. Oh, das tut mir leid. Da sind alle Tische reserviert. Warten Sie. Um 21 Uhr kann ich Ihnen einen Tisch auf der Terrasse reservieren. Passt Ihnen das? Das geht. Sehr gut. Wie ist Ihr Name? Groß. Wie schreibt man das? Mit S oder mit SZ? Mit einem S. Vielen Dank, Frau Groß. Bis Samstagabend. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Dialog 8 Restaurant am Park. Guten Abend. Guten Abend. Ich möchte gern für Samstagabend einen Tisch reservieren. Haben Sie da noch etwas frei? Um wie viel Uhr möchten Sie kommen? Gegen 19 Uhr. Und wie viele Personen sind Sie? Zwei Personen. Und wir hätten gern einen Tisch auf der Terrasse. Oh, das tut mir leid. Da sind alle Tische reserviert. Warten Sie. Um 21 Uhr kann ich Ihnen einen Tisch auf der Terrasse reservieren. Passt Ihnen das? Das geht. Sehr gut. Wie ist Ihr Name? Groß. Groß. Wie schreibt man das? Mit S oder mit SZ? Mit einem S. Vielen Dank, Frau Groß. Bis Samstagabend. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Dialog 9 Haben Sie gewählt? Ja, ich nehme erst die Kartoffelsuppe und dann Hähnchen mit Reis und Gemüse. Und für mich die Spaghetti mit Basilikum-Pesto und Tomaten, bitte. Was möchten Sie trinken? Ich nehme einen Weißwein. Und ich nehme einen Apfelsaft. Dialog 9 Wir möchten bezahlen. Einen Moment, ich komme sofort. Zahlen Sie getrennt oder zusammen? Zusammen, bitte. Das war ein Apfelsaft, ein Glas Weißwein, eine Kartoffelsuppe, das Hähnchen mit Reis und Gemüse, sowie die Spaghetti mit Basilikum-Pesto und Tomate. Das macht zusammen 31,10. Hier, bitte. 35 Euro, das stimmt so. Vielen Dank. Das war ein Apfelsaft, ein Glas Weißwein, eine Kartoffelsuppe, das Hähnchen mit Reis und Gemüse, sowie die Spaghetti mit Basilikum-Pesto und Tomate. Das macht zusammen 31,10. Hier, bitte. 35 Euro, das stimmt so. Vielen Dank. Und, wie war Ihr Wochenende? Was habt Ihr gemacht? Ich habe meinen Bruder? Ich habe meinen Bruder und seine Familie besucht. Das war sehr nett. Wir sind zusammen schwimmen gegangen. Die Kinder sind super. Sie finden ihren Onkel aber sicher auch toll. Ja, wir mögen uns sehr. Ja, wir mögen uns sehr. Und du, Anna, wie war dein Wochenende? Ach, ich habe viel geschlafen und etwas gelesen. Warst du nicht mal draußen? Warst du nicht mal draußen? Spazieren oder so? Nein, ich hatte keine Lust. Warum hast du nicht angerufen? Wir können doch mal zusammen spazieren gehen. Ja? Meinst du wirklich? Klar. Und, wie war dein Wochenende, Ismael? Ich habe … ich habe gearbeitet. Aber du hast doch nicht das ganze Wochenende gearbeitet, oder? Doch. Und, was sagt deine Frau dazu? Na, die ist total genervt. Und meine Kinder auch. Dialog 11 Und, wie war euer Wochenende? Was habt ihr gemacht? Ich habe meinen Bruder und seine Familie besucht. Das war sehr nett. Wir sind zusammen schwimmen gegangen. Die Kinder sind super. Sie finden ihren Onkel aber sicher auch toll. Ja, wir mögen uns sehr. Und du, Anna? Wie war dein Wochenende? Ach, ich habe viel geschlafen und etwas gelesen. Warst du nicht mal draußen? Spazieren oder so? Nein, ich hatte keine Lust. Warum hast du nicht angerufen? Wir können doch mal zusammen spazieren gehen. Ja? Meinst du wirklich? Klar. Und, wie war dein Wochenende, Ismael? Ich habe … ich habe gearbeitet. Aber du hast doch nicht das ganze Wochenende gearbeitet, oder? Doch. Und, was sagt deine Frau dazu? Na, die ist total genervt. Und meine Kinder auch. Dialog 12 Hi, Sevilay. Hi, Christoph. Wie geht's? Ja, nicht so gut. Ich schreibe in den nächsten zwei Wochen vier Arbeiten. Und die sind wichtig. Wenn ich die nicht gut schreibe, bekomme ich kein gutes Abschlusszeugnis. Und wenn ich kein gutes Abschlusszeugnis bekomme, dann kann ich meine Ausbildung nicht anfangen. Was willst du denn machen? Ich will eine Ausbildung als Industriemechaniker machen. Da brauche ich gute Noten. Wenn ich in Technik eine 3 habe, bekomme ich die Stelle nicht. Und in der letzten Technikarbeit habe ich nur eine 4 geschrieben. Aber du bist doch normalerweise gut in Technik. Was war denn los? Ich hatte keine Zeit für die Schule. Ich habe immer Fußball gespielt und am Wochenende, naja, ich habe nicht viel gelernt. Meine Eltern waren sauer. Jetzt will ich aber lernen. Wenn ich jetzt viel lerne, kann ich auch wieder eine 2 schreiben. Technik ist kein Problem, aber Englisch. Mein Englisch ist so schlecht, ich habe eine 4 bis 5. Also, mit Englisch, da kann ich dir helfen. Wenn du willst, lernen wir zusammen. Vielleicht kannst du mir dann Mathe helfen? Ich verstehe das oft nicht so gut. Und du bist ja super, das weiß ich. Ich muss die nächste Mathearbeit gut schreiben. Mindestens eine 3, aber besser eine 2. Wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich in den Ferien Nachhilfe machen. Das will ich nicht. Okay, dann lernen wir zusammen. Wann fangen wir an? Dialog 12 Hi, Sevilay. Hi, Christoph. Wie geht's? Ja, nicht so gut. Ich schreibe in den nächsten 2 Wochen 4 Arbeiten. Und die sind wichtig. Wenn ich die nicht gut schreibe, bekomme ich kein gutes Abschlusszeugnis. Und wenn ich kein gutes Abschlusszeugnis bekomme, dann kann ich meine Ausbildung nicht anfangen. Was willst du denn machen? Ich will eine Ausbildung als Industriemechaniker machen. Da brauche ich gute Noten. Wenn ich in Technik eine 3 habe, bekomme ich die Stelle nicht. Und in der letzten Technikarbeit habe ich nur eine 4 geschrieben. Aber du bist doch normalerweise gut in Technik. Was war denn los? Ich hatte keine Zeit für die Schule. Ich habe immer Fußball gespielt und am Wochenende, naja, ich habe nicht viel gelernt. Meine Eltern waren sauer. Jetzt will ich aber lernen. Wenn ich jetzt viel lerne, kann ich auch wieder eine 2 schreiben. Technik ist kein Problem. Aber Englisch. Mein Englisch ist so schlecht, ich habe eine 4 bis 5. Also, mit Englisch, da kann ich dir helfen. Wenn du willst, lernen wir zusammen. Vielleicht kannst du mir dann Mathe helfen? Ich verstehe das oft nicht so gut. Und du bist ja super, das weiß ich. Ich muss die nächste Mathearbeit gut schreiben. Mindestens eine 3, aber besser eine 2. Wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich in den Ferien Nachhilfe machen. Das will ich nicht. Okay, dann lernen wir zusammen. Wann fangen wir an? Dialog 13 Herzlich willkommen zu unserem Elternabend. Mein Name ist Franziska Neuhaus und ich bin die Klassenlehrerin. Es ist wirklich schön, dass Sie Zeit haben. Ihre Kinder sind ja neu an unserer Schule und da gibt es sicher viele Fragen. Aber ich habe erst einmal ein paar Informationen für Sie. Hier ist eine Liste für Sie. Da können Sie sehen, welche Bücher, Hefte und Stifte Ihre Kinder in der Schule brauchen. Bitte geben Sie die Kopien rum. Alle brauchen eine Kopie. Die anderen Bücher bekommen die Kinder von der Schule. Und dann noch eine Information. Wir haben eine Klassenkasse. Für jedes Kind sammeln wir 20 Euro pro Jahr ein. Davon bezahlen wir kleine Ausflüge, wenn wir zum Beispiel in ein Museum gehen oder eine Wanderung machen. Die Kontonummer steht auch auf der Kopie. Sie haben bestimmt auch Fragen. Bitte. Ja, bitte. Gibt es eine Klassenfahrt? Wenn ja, wann machen Sie die Klassenfahrt? Und wie teuer ist das? Jetzt in der fünften Klasse machen wir keine Klassenfahrt. Wir machen in der sechsten Klasse eine Klassenfahrt und dann alle zwei Jahre. Das kostet so ungefähr 200 bis 250 Euro pro Fahrt. Müssen die Kinder die Klassenfahrt mitmachen? Ja, alle Kinder müssen teilnehmen. Ja, bitte. Dürfen die Kinder Handys in die Schule mitnehmen? Ja, sie dürfen die Handys mitnehmen. Aber sie müssen die Handys und andere elektronischen Geräte wie MP3-Player oder Tablets in der Schule ausschalten. Ja? Haben die Kinder in diesem Jahr Schwimmunterricht? Ja, die Kinder haben im ersten Halbjahr Sport in der Turnhalle. Im zweiten Halbjahr gehen sie schwimmen. Müssen alle Kinder beim Schwimmunterricht mitmachen? Ja, das ist normaler Unterricht. Alle Kinder müssen teilnehmen. Keine weiteren Fragen mehr? Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dialog 13 Herzlich willkommen zu unserem Elternabend. Mein Name ist Franziska Neuhaus und ich bin die Klassenlehrerin. Es ist wirklich schön, dass Sie Zeit haben. Ihre Kinder sind ja neu an unserer Schule und da gibt es sicher viele Fragen. Aber ich habe erst einmal ein paar Informationen für Sie. Hier ist eine Liste für Sie. Da können Sie sehen, welche Bücher, Hefte und Stifte Ihre Kinder in der Schule brauchen. Bitte geben Sie die Kopien rum. Alle brauchen eine Kopie. Die anderen Bücher bekommen die Kinder von der Schule. Und dann noch eine Information. Wir haben eine Klassenkasse. Für jedes Kind sammeln wir 20 Euro pro Jahr ein. Davon bezahlen wir kleine Ausflüge, wenn wir zum Beispiel in ein Museum gehen oder eine Wanderung machen. Die Kontonummer steht auch auf der Kopie. Sie haben bestimmt auch Fragen. Bitte. Ja, bitte. Gibt es eine Klassenfahrt? Wenn ja, wann machen Sie die Klassenfahrt? Und wie teuer ist das? Jetzt in der fünften Klasse machen wir keine Klassenfahrt. Wir machen in der sechsten Klasse eine Klassenfahrt und dann alle zwei Jahre. Das kostet so ungefähr 200 bis 250 Euro pro Fahrt. Müssen die Kinder die Klassenfahrt mitmachen? Ja, alle Kinder müssen teilnehmen. Ja, bitte. Dürfen die Kinder Handys in die Schule mitnehmen? Ja, sie dürfen die Handys mitnehmen. Aber sie müssen die Handys und andere elektronischen Geräte wie MP3-Player oder Tablets in der Schule ausschalten. Ja? Haben die Kinder in diesem Jahr Schwimmunterricht? Ja, die Kinder haben im ersten Halbjahr Sport in der Turnhalle. Im zweiten Halbjahr gehen sie schwimmen. Müssen alle Kinder beim Schwimmunterricht mitmachen? Ja, das ist normaler Unterricht. Alle Kinder müssen teilnehmen. Keine weiteren Fragen mehr? Gut. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was machst du denn hier, Anna? Hallo Ismail. Ich arbeite hier. Richtig. Du bist ja Lehrerin. Meine Kinder sind hier in der Schule. Tarek ist in der ersten und Melia in der dritten Klasse. Aber du bist nicht ihre Lehrerin, oder? Nein, nein. Ich habe im Moment nur in der vierten Klasse Unterricht. Und warum bist du hier? Für einen Elternabend ist es noch ein bisschen früh. Es gibt ein Problem mit Melia. Ich habe einen Termin mit ihrer Lehrerin. Das ist Frau Schulz. Und was ist mit Melia? Sie war immer sehr gut in der Schule. Sie hat auch immer viel erzählt, wenn wir zusammen waren. Aber jetzt ist sie anders. Sie vergisst alles und sie hat keine Lust. Sie ist in der letzten Zeit einfach komisch. Und das nächste Zeugnis ist wichtig, wenn sie auf ein Gymnasium gehen soll. Ja, genau das ist das Problem. Maike, also meine Frau, möchte unbedingt, dass Melia aufs Gymnasium geht. Aber jetzt sind ihre Noten einfach nicht mehr so gut wie früher. Aber eine Realschule ist doch auch in Ordnung. Und wenn Melia gerade eine schwierige Zeit hat, dann sind andere Dinge im Moment vielleicht wichtiger als die Schule und gute Noten. Ja, weißt du, ich hätte wirklich gern mehr Zeit für sie. Dialog 14 Was machst du denn hier, Anna? Hallo, Ismail. Ich arbeite hier. Richtig, du bist ja Lehrerin. Meine Kinder sind hier in der Schule. Tarek ist in der ersten und Melia in der dritten Klasse. Aber du bist nicht ihre Lehrerin, oder? Nein, nein. Ich habe im Moment nur in der vierten Klasse Unterricht. Und warum bist du hier? Für einen Elternabend ist es noch ein bisschen früh. Es gibt ein Problem mit Melia. Ich habe einen Termin mit ihrer Lehrerin. Das ist Frau Schulz. Und was ist mit Melia? Sie war immer sehr gut in der Schule. Sie hat auch immer viel erzählt, wenn wir zusammen waren. Aber jetzt ist sie anders. Sie vergisst alles und sie hat keine Lust. Sie ist in der letzten Zeit einfach komisch. Und das nächste Zeugnis ist wichtig, wenn sie auf ein Gymnasium gehen soll. Ja, genau das ist das Problem. Maike, also meine Frau, möchte unbedingt, dass Melia aufs Gymnasium geht. Aber jetzt sind ihre Noten einfach nicht mehr so gut wie früher. Aber eine Realschule ist doch auch in Ordnung. Und wenn Melia gerade eine schwierige Zeit hat, dann sind andere Dinge im Moment vielleicht wichtiger als die Schule und gute Noten. Ja, weißt du, ich hätte wirklich gern mehr Zeit für sie. Dialog 15 und 16 Wichtige Sätze Können Sie mir sagen, wann der Chef kommt? Ich glaube um 10. Okay, danke. Können Sie mir sagen, wie der neue Kollege heißt? Sein Name ist Friesinger. Danke. Dialog 17 und 18 Dialog 17 und 18 Dialog 17 und 18 Wichtige Sätze Können Sie mir erklären, was das bedeutet? Tut mir leid, das verstehe ich auch nicht. Können Sie mir sagen, wo mein USB-Stick ist? Ja, hier in meinem Computer. Danke. Dialog 17 und 18 Wichtige Sätze Können Sie mir erklären, was das bedeutet? Tut mir leid, das verstehe ich auch nicht. Können Sie mir sagen, wo mein USB-Stick ist? Ja, hier in meinem Computer. Danke. Dialog 19 Herr Harris, ich glaube, der neue Kopierer ist kaputt. Aber nein, er funktioniert sehr gut. Aber ich kann keine Kopien machen. Der alte Kopierer war besser. Dieser Kopierer ist so kompliziert. Können Sie mir sagen, wo man ihn startet? Ich erkläre Ihnen das gerne. Diese Taste ist die Starttaste. Ach so. Ja, jetzt kommen Kopien. Aber so vieles ist anders. Aber es ist nicht so schwer. Ich erkläre es Ihnen gerne. Der Kopierer hat drei Fächer für Papier. Diese Fächer sind für A4-Papier. Und dieses Fach ist für A3-Papier. Okay, ich verstehe. Aber dieser Kopierer hat noch so viele andere Tasten. Ja, das stimmt. Wenn Sie noch Fragen haben, kommen Sie gerne zu mir. Vielen Dank, Herr Harris. Keine Ursache. Dialog 19 Herr Harris, ich glaube, der neue Kopierer ist kaputt. Aber nein, er funktioniert sehr gut. Aber ich kann keine Kopien machen. Der alte Kopierer war besser. Dieser Kopierer ist so kompliziert. Können Sie mir sagen, wo man ihn startet? Ich erkläre Ihnen das gerne. Diese Taste ist die Starttaste. Ach so, ja, jetzt komm, Kopien. Aber so vieles ist anders. Aber es ist nicht so schwer. Ich erkläre es Ihnen gerne. Der Kopierer hat drei Fächer für Papier. Diese Fächer sind für A4-Papier. Und dieses Fach ist für A3-Papier. Okay, ich verstehe. Aber dieser Kopierer hat noch so viele andere Tasten. Ja, das stimmt. Wenn Sie noch Fragen haben, kommen Sie gerne zu mir. Vielen Dank, Herr Harris. Keine Ursache. Dialog 20 Spedition Mehring, Nicole Ohlsen am Apparat. Guten Morgen, Frau Ohlsen. Hier spricht Peter Frey. Ich bin krank und kann heute nicht kommen. Ach, das tut mir leid. Gute Besserung, Herr Frey. Gehen Sie heute noch zum Arzt? Ja, heute Nachmittag. Ich schicke dann eine Krankmeldung. Dialog 21 Entschuldigung, ist hier noch frei? Natürlich. Nehmen Sie Platz. Sie sind neu hier in der Firma, richtig? Ja, ich arbeite seit drei Tagen hier. Mein Name ist Lars Heidmeier. Ich heiße Martina Obermann. Gefällt es Ihnen bei uns? Ja, sehr gut. Die Kollegen sind nett und die Arbeit ist interessant. In welcher Abteilung arbeiten Sie? In der Buchhaltung. Und Sie? In der Technik. Ich mache technischen Service. Dialog 21 Entschuldigung, ist hier noch frei? Natürlich. Nehmen Sie Platz. Sie sind neu hier in der Firma, richtig? Ja, ich arbeite seit drei Tagen hier. Mein Name ist Lars Heidmeier. Ich heiße Martina Obermann. Gefällt es Ihnen bei uns? Ja, sehr gut. Die Kollegen sind nett und die Arbeit ist interessant. In welcher Abteilung arbeiten Sie? In der Buchhaltung. Und Sie? In der Technik. Ich mache technischen Service. Dialog 22 Was verkaufst du eigentlich in deinem Online-Shop, Ismail? Ich verkaufe Elektroartikel. Und was machst du, Tobias? Ich baue Möbel. Ich bin Schreiner. Hast du eine eigene Werkstatt? Nein, ich arbeite bei einem Freund. Ihm gehört die Werkstatt. Das ist doch gut so. Was baust du denn für Möbel? Och, alles Mögliche. Im Moment arbeite ich vor allen Dingen an Schränken und Regalen. Müssen wir über Arbeit reden? Nein, Lucia. Was nervt dich denn am Thema Arbeit? Alles. Dass ich nicht weiß, was ich beruflich machen soll. Dass ich nicht weiß, wie ich mein Studium beenden soll. Dass ich überhaupt nicht weiß, was ich will. Was machst du denn jetzt? Beruflich, meine ich. Ich arbeite in einem Copyshop. Und dieser Job ist einfach nur langweilig. Wunderbar. So einen Job möchte ich auch haben. Dialog 22 Was verkaufst du eigentlich in deinem Online-Shop, Ismail? Ich verkaufe Elektroartikel. Und was machst du, Tobias? Ich baue Möbel. Ich bin Schreiner. Hast du eine eigene Werkstatt? Nein, ich arbeite bei einem Freund. Ihm gehört die Werkstatt. Das ist doch gut so. Was baust du denn für Möbel? Och, alles Mögliche. Im Moment arbeite ich vor allen Dingen an Schränken und Regalen. Müssen wir über Arbeit reden? Nein, Lucia. Nein, Lucia. Was nervt dich denn am Thema Arbeit? Alles. Dass ich nicht weiß, was ich beruflich machen soll. Dass ich nicht weiß, wie ich mein Studium beenden soll. Dass ich überhaupt nicht weiß, was ich will. Was machst du denn jetzt? Beruflich, meine ich. Ich arbeite in einem Copyshop. Und dieser Job ist einfach nur langweilig. Wunderbar. So einen Job möchte ich auch haben. Dialog 23 Selig? Guten Tag, mein Name ist Sorana Balbay. Ich habe Ihre Anzeige gelesen. Eine Drei-Zimmer-Wohnung. Ist die Wohnung noch frei? Ja, sie ist noch nicht vermietet. Auf dem Zettel steht Kaution 3MM. Was heißt das? Sie müssen eine Kaution von drei Monatsmieten bezahlen, das sind 2.070 Euro. Ach so, okay. Kann ich die Wohnung besichtigen? Natürlich, am Mittwochabend um 20 Uhr. Moment. Ja, das geht. Wie ist die genaue Adresse? Die Wohnung ist in der Blücherstraße 12. Sie wissen, wo das ist? Ja, in der Nähe vom Eisstadion. Das finde ich sicher. Dialog 24 Guten Tag, ich bin Sorana Balbay. Wir haben vor zwei Tagen telefoniert. Das ist mein Mann Kerem. Guten Tag. Ja, richtig. Sie haben den Termin um 20 Uhr. Ich bin Daniel Selig. Kommen Sie herein. Herein. Vielen Dank. Wo fangen wir an? Ich zeige Ihnen zuerst die Wohnräume. Dieses Zimmer hier ist ziemlich groß und hell. Man kann es gut als Wohnzimmer benutzen. Und hier ist auch der Balkon. Jetzt ist es Abend und die Straße vor dem Haus ist ziemlich ruhig. Wie ist es aber am Tag? Gibt es viel Verkehr und Lärm? Ist hier nicht das Josefs Krankenhaus in der Nähe? Ja, das stimmt. Deshalb fahren manchmal Kranken- und Notarztwagen auf der Hauptstraße vorbei. Aber das passiert nicht oft. Und sie fahren meistens ohne Alarmsirene. Oh, dieses Zimmer ist sicher gut als Schlafzimmer geeignet. Es ist zwar klein und auch ein bisschen dunkel, aber es ist sehr ruhig. Wie viele Quadratmeter hat es? Moment, da muss ich nachsehen. Es sind genau zwölf. Ja, zwölf. Hier ist das dritte Zimmer. Das ist sehr gut. Das Zimmer kann ich als Arbeitszimmer benutzen. Es ist viel Platz für meinen Schreibtisch und die Bücherregale. Allerdings sehe ich, dass die Wohnung noch nicht renoviert ist. Wir lassen das noch machen. Aber wenn Sie diese Wohnung mieten, können wir natürlich über die Wandfarbe und andere Dinge reden. Auch den Boden wollen wir noch erneuern. Das heißt, Sie renovieren alles? Ja, äh, nein. Ich mache die Renovierung nicht selbst. Ich habe keine Zeit. Ich lasse die Wohnung renovieren. Ich habe einer Firma den Auftrag gegeben. Alles klar. Können wir jetzt noch die Küche sehen? Ja, natürlich, gerne. Die Küche gefällt mir. Sie bietet viel Platz. Aber die Einbauküche ist schon ziemlich alt. Ich denke, dass wir eine neue kaufen. Was meinst du, Sorana? Ja, das möchte ich auch. Das ist nicht nötig. Die Einbauküche lasse ich auswechseln. Das macht eine Küchenfirma. Die hat schon alles geplant. In einer Woche ist der Einbau. Wir können also bei der Küche nichts mehr selbst machen? Nein, das tut mir leid. Das ist alles schon fertig. Dialog 24 Guten Tag. Ich bin Sorana Balbay. Wir haben vor zwei Tagen telefoniert. Das ist mein Mann Kerem. Guten Tag. Ja, richtig. Sie haben den Termin um 20 Uhr. Ich bin Daniel Selig. Kommen Sie herein. Vielen Dank. Wo fangen wir an? Ich zeige Ihnen zuerst die Wohnräume. Dieses Zimmer hier ist ziemlich groß und hell. Man kann es gut als Wohnzimmer benutzen. Und hier ist auch der Balkon. Jetzt ist es Abend. Und die Straße vor dem Haus ist ziemlich ruhig. Wie ist es aber am Tag? Gibt es viel Verkehr und Lärm? Ist hier nicht das Josefs Krankenhaus in der Nähe? Ja, das stimmt. Deshalb fahren manchmal Kranken- und Notarztwagen auf der Hauptstraße vorbei. Aber das passiert nicht oft. Und sie fahren meistens ohne Alarmsirene. Oh, dieses Zimmer ist sicher gut als Schlafzimmer geeignet. Es ist zwar klein und auch ein bisschen dunkel, aber es ist sehr ruhig. Wie viele Quadratmeter hat es? Moment, da muss ich nachsehen. Es sind genau zwölf. Ja, zwölf. Hier ist das dritte Zimmer. Das ist sehr gut. Das Zimmer kann ich als Arbeitszimmer benutzen. Es ist viel Platz für meinen Schreibtisch und die Bücherregale. Allerdings sehe ich, dass die Wohnung noch nicht renoviert ist. Wir lassen das noch machen. Aber wenn Sie diese Wohnung mieten, können wir natürlich über die Wandfarbe und andere Dinge reden. Auch den Boden wollen wir noch erneuern. Das heißt, Sie renovieren alles? Ja. Äh, nein. Ich mache die Renovierung nicht selbst. Ich habe keine Zeit. Ich lasse die Wohnung renovieren. Ich habe einer Firma den Auftrag gegeben. Alles klar. Können wir jetzt noch die Küche sehen? Ja, natürlich. Natürlich. Gerne. Die Küche gefällt mir. Sie bietet viel Platz. Aber die Einbauküche ist schon ziemlich alt. Ich denke, dass wir eine neue kaufen. Was meinst du, Sorana? Ja, das möchte ich auch. Das ist nicht nötig. Die Einbauküche lasse ich auswechseln. Das macht eine Küchenfirma. Die hat schon alles geplant. In einer Woche ist der Einbau. Wir können also bei der Küche nichts mehr selbst machen? Nein, das tut mir leid. Das ist alles schon fertig. Endlich ist alles in der Wohnung. Aber was für ein Chaos. Was meinst du? Sollen wir heute noch die Möbel aufbauen? Heute Samstagabend? Nein, ich bin so müde. Ja, ich auch. Dann gehen wir lieber früh schlafen. Morgen kommen ja auch unsere Freunde wieder. Ich finde es toll, wie die uns helfen. Am nächsten Wochenende machen wir dann ein schönes Essen für alle als Dankeschön. Dialog 25 Endlich ist alles in der Wohnung. Ich finde es toll, wie die uns helfen. Aber was für ein Chaos. Was meinst du? Sollen wir heute noch die Möbel aufbauen? Heute Samstagabend? Nein, ich bin so müde. Ja, ich auch. Dann gehen wir lieber früh schlafen. Morgen kommen ja auch unsere Freunde wieder. Ich finde es toll, wie die uns helfen. Am nächsten Wochenende machen wir dann ein schönes Essen für alle als Dankeschön. Dialog 26 Guten Tag, können Sie mir helfen? Ja, gern. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte meine Wohnung streichen und brauche Farbe und Pinsel. Ja, Wandfarbe haben wir da drüben und die Pinsel und Farbroller finden Sie links neben der Farbe im Regal. Wir haben auch ein Sonderangebot. Ein Pinselset für nur 5,35 Euro oder einen Farbroller nur 4,45 Euro. Ja, den nehme ich. Ein Roller ist besser als ein Pinsel. Brauchen Sie auch eine Leiter? Nein, eine Leiter habe ich schon. Dialog 26 Guten Tag, können Sie mir helfen? Ja, gern. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte meine Wohnung streichen und brauche Farbe und Pinsel. Ja, Wandfarbe haben wir da drüben und die Pinsel und Farbroller finden Sie links neben der Farbe im Regal. Wir haben auch ein Sonderangebot. Wir haben ein Pinselset für nur 5,35 Euro oder einen Farbroller nur 4,45 Euro. Ja, den nehme ich. Ein Roller ist besser als ein Pinsel. Brauchen Sie auch eine Leiter? Nein, eine Leiter habe ich schon. Dialog 27 Guten Tag, wir möchten uns vorstellen. Wir sind die neuen Nachbarn. Wir heißen Balbay. Guten Tag, mein Name ist Becker. Hoffentlich fühlen Sie sich hier wohl. Haben Sie Kinder? Ja, wir haben zwei Mädchen. Sie sind 5 und 8 Jahre alt. Oh, das ist schön. Ich habe auch Kinder. Zwei Jungen und ein Mädchen. Die Jungen sind Zwillinge. Sie sind 6 und das Mädchen ist 8. Ach, schön. Wir haben vorher in der Nähe vom Stadtzentrum gewohnt und die Wohnung war laut und klein. Hier haben wir mehr Platz. Das ist wunderbar. Ich freue mich, dass Sie diese Wohnung bekommen haben. Dialog 27 Guten Tag, wir möchten uns vorstellen. Wir sind die neuen Nachbarn. Wir heißen Balbay. Guten Tag, mein Name ist Becker. Hoffentlich fühlen Sie sich hier wohl. Haben Sie Kinder? Ja, wir haben zwei Mädchen. Sie sind 5 und 8 Jahre alt. Oh, das ist schön. Ich habe auch Kinder. Zwei Jungen und ein Mädchen. Die Jungen sind Zwillinge. Sie sind 6 und das Mädchen ist 8. Ach, schön. Wir haben vorher in der Nähe vom Stadtzentrum gewohnt und die Wohnung war laut und klein. Hier haben wir mehr Platz. Das ist wunderbar. Ich freue mich, dass Sie diese Wohnung bekommen haben. Dialog 28 Guten Tag, wir sind die neuen Nachbarn. Balbay heißen wir. Guten Tag. Wir wollten uns nur kurz vorstellen. Ja und? Ja also, dann gehen wir mal wieder. Einen schönen Tag noch. Oh je, das kann ja lustig werden. Ja. Dialog 28 Guten Tag, wir sind die neuen Nachbarn. Balbay heißen wir. Guten Tag. Ähm, wir wollten uns nur kurz vorstellen. Ja und? Ähm, ja also, dann gehen wir mal wieder. Einen schönen Tag noch. Oh je, das kann ja lustig werden. Ja. Dialog 29 Guten Tag. Wir möchten uns vorstellen. Wir sind die neuen Nachbarn. Balbay ist unser Name. Das ist meine Frau. Guten Tag. Freut mich, Sie kennenzulernen. Woher kommen Sie denn? Jetzt kommen wir aus Köln. Meine Frau kommt aber aus Rumänien. Ah, Rumänien. Wir wollten immer schon einmal nach Rumänien. Wir sehen immer im Fernsehen Reportagen über fremde Länder. Das ist so interessant. Ja, Rumänien ist ein wunderschönes Land. Wir haben viele Fotos. Vielleicht möchten Sie einmal kommen, dann trinken wir einen Tee und zeigen Ihnen Fotos. Oh, wir möchten nicht stören. Sie haben jetzt bestimmt viel zu tun. Ein Umzug ist immer viel Arbeit. Nein, nein, das geht schon. Wir freuen uns, wenn Sie kommen. Vielleicht am nächsten Wochenende? Dialog 29 Guten Tag. Wir möchten uns vorstellen. Wir sind die neuen Nachbarn. Balbay ist unser Name. Das ist meine Frau. Guten Tag. Freut mich, Sie kennenzulernen. Woher kommen Sie denn? Jetzt kommen wir aus Köln. Meine Frau kommt aber aus Rumänien. Ah, Rumänien. Wir wollten immer schon einmal nach Rumänien. Wir sehen immer im Fernsehen Reportagen über fremde Länder. Das ist so interessant. Ja, Rumänien ist ein wunderschönes Land. Wir haben viele Fotos. Vielleicht möchten Sie einmal kommen, dann trinken wir einen Tee und zeigen Ihnen Fotos. Oh, wir möchten nicht stören. Sie haben jetzt bestimmt viel zu tun. Ein Umzug ist immer viel Arbeit. Nein, nein, das geht schon. Wir freuen uns, wenn Sie kommen. Vielleicht am nächsten Wochenende? Dialog 30 Ich fühle mich gut. Wie fühlst du dich? Er fühlt sich stark. Sie fühlt sich einsam. Wir fühlen uns müde. Fühlt ihr euch wohl? Sie fühlen sich fantastisch. Dialog 30 Ich fühle mich gut. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Er fühlt sich stark. Sie fühlt sich einsam. Wir fühlen uns müde. Fühlt ihr euch wohl? Sie fühlen sich fantastisch. Dialog 31 Wichtige Sätze Die neue Wohnung Der Vermieter lässt die Wohnung renovieren. Die neuen Mieter machen den Umzug selbst. Sie legen die Teppiche auf den Boden. Sie transportieren die Möbel. Sie hängen die Bilder an die Wand. Sie stellen die Blumen ans Fenster. Aber die Lampen hängen sie nicht selbst auf. Sie lassen die Lampen aufhängen. Zum Schluss stellen sie sich den Nachbarn vor. Die neue Wohnung Der Vermieter lässt die Wohnung renovieren. Die neuen Mieter machen den Umzug selbst. Sie legen die Teppiche auf den Boden. Sie transportieren die Möbel. Sie hängen die Bilder an die Wand. Sie stellen die Blumen ans Fenster. Aber die Lampen hängen sie nicht selbst auf. Sie lassen die Lampen aufhängen. Zum Schluss stellen sie sich den Nachbarn vor. Dialog 32 Du machst das Café ganz allein, oder? Ja, es ist nicht ganz einfach, aber es macht mir Spaß. Es ist ja auch total schön hier. Danke. Ich suche gern Möbel und Farben aus. Und ich dekoriere gern. Du, ich bin ganz froh, dass du da bist. Ich wollte dich nämlich etwas fragen. Ja, bitte? Ich brauche noch ein Regal für die Küche. Zuerst wollte ich das machen lassen, aber ich habe im Moment nicht so viel Geld. Und ganz allein schaffe ich das nicht. Du weißt, dass ich Schreiner bin, oder? Ja, das habe ich gehört. Vielleicht könntest du... Klar, ich kann dir gern helfen. Ich kann schon viel selbst machen. Wände tapezieren und streichen, Lampen und Bilder aufhängen. Aber Möbel bauen finde ich schwierig. Ich habe auch keine richtige Idee, wie das Regal aussehen soll. Aber ich habe einen Hammer und Schrauben und... Sarah, ich helfe dir wirklich gern. Danke. Dialog 32 Du machst das Café ganz allein, oder? Ja, es ist nicht ganz einfach, aber es macht mir Spaß. Es ist ja auch total schön hier. Danke. Ich suche gern Möbel und Farben aus und ich dekoriere gern. Du, ich bin ganz froh, dass du da bist. Ich wollte dich nämlich etwas fragen. Ja, bitte? Ich brauche noch ein Regal für die Küche. Zuerst wollte ich das machen lassen, aber ich habe im Moment nicht so viel Geld. Und ganz allein schaffe ich das nicht. Du weißt, dass ich Schreiner bin, oder? Ja, das habe ich gehört. Vielleicht könntest du... Klar, ich kann dir gern helfen. Ich kann schon viel selbst machen. Wände tapezieren und streichen, Lampen und Bilder aufhängen, aber Möbel bauen finde ich schwierig. Ich habe auch keine richtige Idee, wie das Regal aussehen soll. Aber ich habe einen Hammer und Schrauben und... Sarah, ich helfe dir wirklich gern. Danke. Sie warten auf den nächsten Film, dann abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Vielen Dank.